die schiete sich natürlich also der sunnitische mohammed ist ein käfer den den gibt es nicht mal das ist lügen über ihn die erzählen über den aber darf ich nicht mal was fragen ihr sagt ja das ist das perfekte buch ist und so aber wie kann es sein dass ich weiß kurz wie kann es sein wie kann es sein dass ihr so und ich meine die perfekte das letzte perfekte botschaft ist wie kann es sein dass das du sagst mir die lügen und die sagen ihr lügt dann wie können dann diese leute die euch das alles vermitteln und diese tafsine und fehlerfrei sein wenn wenn ihr wenn ihr gespaltet werdet durch so taxieren ich weiß nicht was dieser berghandel sagt neugierig ich bin auch neugierig kann ich antworten der islam wird sich in 73 sekten spalten ja und nur eine davon ist komplett richtig und das sind schiiten und der prophet sagte selbst in zwischen quellen folgt den koran und meine acht und meine familienmitglieder dann werden die nicht in die ehre gehen und nicht zu einer kranus und dann gibt es nicht so ein hadith oder bringt mir den wo wir kommen zum folgen sollen bringen ein hadith wo steht wie vor soll noch kommen zum folgen also er hinterlässt uns zwei wichtige dinge und wir sollen kommen zum folgen und es gibt nur einen und der ist da ist aber die die im chat nur die im chat die checken sich weiter sind meistens mieten weil die schiedschen sind alles käfer diesen ehre die ist die sohnische rechtsschule ist eine teufelsrechtsschule aber die schritte ist eine teufelsrechtsschule genau genau und die suniten aber wenn jemand natürlich unwissend ist wird er dafür nicht bestraft also meine lieben suniten ihr seid alle käfer oder wenn jemand unwissen ist wird er dafür nicht bestraft kannst du deine liebe so zusammenfassen da kommt ein buch direkt von gott herab gesandt was perfekt ist was aber keiner verstehen kann wofür dann weder menschen gebraucht werden die ist der buch von usman das ist falsch also ich wenn ich die bibel lese dann gucken okay denkst du kommt einfach von der himmel denkst du der koran kam nicht einfach vom himmel direkt juli das gesagt hat aber links der koran viel von himmel schon mal folgern euch ja ihr habt ja gerade gesagt ihr habt den richtigen korn bei euch also die suniten ihren kuchen ihr habt euren eigenen koran der ist bei einem immer mehr wie der ist bei dem jahr immer mit man hat jetzt den richtigen koran der hat jetzt den richtigen koran ich habe die ich habe den beweis jetzt aus korn das warte warte du sagst du sagst also dass der imam mit die der gerade irgendwo ist auf der erde hat den richtigen koran aber was ist jetzt den koran den ihr gerade jetzt benutzt was ist jetzt ich kann ich kann die beantworten beantworten was ist das ist der koran von osman guck mal imam ali hat ein korn zusammengestellt als der prophet gestorben ist ja nicht so also ich versuche hier nur was zu erklären ich stecke nicht warum du so guck ich möchte niemanden ich will kurz meine die sicht erzählen alles geht mal alle stumm lasst mal berg anreden ich will die nummer zu hören also also nachdem unser prophet starb so nachdem er starb was alles gut ich höre zu ich bin ganz ohrgerade der prophet starb hat er im vor also hat er alle die aufgaben geben den koran zusammenzustellen ja den koran die also die blätter waren ja alles alles war ja alles durcheinander es muss ja alles in einem buch gefasst werden und das hat alle da einmal gemacht alle hatte den kompletten wissen über den koran er hat den perfekten korn mit voller interpretation gehabt und dann hat aber er wurde nicht als halif gewählt er wurde zwar von allahs panorat als halif gewählt aber aber die umma hat ihn verraten hat abu bakar als halif gewählt und deswegen haben sie deren bücher also haben wir das wir haben sie ein buch von osman eben erfahren und die benutzen den dann kann man ein mensch kann natürlich dann zu alia lesen und meinte was passiert wenn wir uns an dem buch von osman festhalten die meinten dass wir wenn wir trotzdem an dem buch von osman für uns festhalten mit den interpretationen mit den interpretationen von den imamen wir werden nicht in ihre gehen also das ist trotzdem richtig aber es ist natürlich nicht vollständig der vollständigen ist bei den imamen da fehlt die interpretation die interpretation fehlt komplett deswegen kann ich noch keine verstehen um die imame und die der bestbeweis ist dass die muslime glauben dass allah irgendwelche hände hat beine hat oder sonst was dass er über den thron auf dem thron sitzt und runter schaut was ist das für interpretation bruder in adam darf ich dir was sagen wenn scharia kommt bruder verstecke dich wo du kannst weil das in der scharia sagst oder die werde ich jagen egal wo du bist rettet nicht alles gut wo ich jetzt imam beweist dass immer mehr als propheten ist das schon recht über die frage kannst doch nicht du kannst doch nicht sagen dass irgendwelche imame besser sind da habe ich erwarte warte bevor du loslegst ich habe eine frage an dich du sagst jetzt dass der koran gefälscht worden verfälscht worden ist von den sunniten vollständig hier und ich bin sie ja ich komme an die schwingen haben überlieferung dass ein ziege einem einen seite rausgerissen hat die haben überlieferung dass aus das auch mal gesagt hat der steinigungsvers fehlt die haben überlieferung das eiche zu oma gesagt hat du hast nicht den kurschen den koran ja die haben selber nicht mal den vollständigen kann ich habe die ganze überlieferung ich kann die bringen die sunniten haben nicht den vollständigen koran nie laut eiche oma nicht die sagen einfach nein die sagen die ziege die das gegessen hat richtig ja genau bei der schwingen die ziege hat einer krank geste flex oder was denkst du ergibt dass wir dich irgendwie sind ich will noch kurz was dazu sagen darf ich natürlich natürlich also ich bin euch ehrlich ich also mein grundwissen gegenüber ich sag mal andere religionen ist beschränkt ich käme mich meiner meinung nach nur mit meiner religion am besten aus was ich aber sagen kann über sage ich mal das schiedentum weil wer kann ich glaube du gehörst dem schiedentum an oder ja natürlich ja also ich bin jetzt nicht respektlos weil es gibt ja viele differenzen gegenüber schieden und sunniten aber ich für wirklich damit sagen es gibt sachen man man sollte man sollte nicht gegenüber einer anderen glaubensrichtung schießen man sollte natürlich ich schließe sie ihm haben vor okay aber aber was ich auch komisch finde du guck mal wenn wir jetzt mal propheten welche sind die fünf größten propheten im islam wenn ich dich fragen darf kennst du die fünf größten propheten im islam jetzt bin ich gespannt angefangen hat gerade adam gesagt ich nicht ich war ich kenne ich ich kenne nur da ich bin kein gelehrter ich kenne ich kenne nur die propheten wo ist der sinn dass der erste mensch der erschaffen was soll der erste mensch der warte mal willst du mir sagen dass der prophet adam als das adam kein profit war also wir glauben dass adam ein profet ist ob ihr das glaubt ist ja ich auch in der nacht soll ich aufziehen oder nicht oder darf ich ja bitte sag mal wer sind die fünf größten zu reden lassen wir kurz flex reden okay leute ihr müsst lernen andere auch ausreden lassen ist ganz wichtig also wo ist der sinn dahinter dass der erste mensch der erschaffen wurden ist ein prophet ist was soll er denn prophezeien als erster mensch er ist doch alleine was soll er prophezeien okay jetzt verstehe ich voran du so ein bisschen enttendierst was soll der erste mensch prophezeien und wenn er profil im prophet ist was hat der prophezeit dann habe ich die ganze religion falsch verstanden wenn adam kein profit war das war mir nicht böse aber ist gar keine ahnung zu sagt nur ich bin kein gelehrter aber du lebst nur für den koran du hast gar keine ahnung was drinsteht adam hatte doch mehrere kinder oder nicht ja genau und diese mehrere kinder die er hatte das waren ja das waren ja das waren ja auch gebote von gott beispiel dass er den beigebracht hat zu beten den kindern also seine ersten kindern er hat den beigebracht gut gegenüber den gut gegenüber den geschwistern zu sein gut gegenüber den tieren zu sein und so weiter und und das sind einfach aufgaben die ein prophet sage ich mal den mitmenschen übergibt und wir stammen ja alle von adam da spielt das ja keine rolle aus welchem land man kommt das heißt man kann schon davon ausgehen dass der prophet adam fried und frise auf ihn ein prophet ist aber wenn wir jetzt aus islamischer sicht sehen wer sind die fünf größten propheten also ich gehe mal gesandten jetzt dann wird auf jeden fall nicht dazu gezählt jetzt nur ganz kurz noch mal werkt sind wir alle ganz kurz ganz kurz oder darf ich nur diesen einen vers vorlesen der wo beweist dass wir haben ja dann sind wir alle profeten wenn wir den kindern was mein bringen zum beispiel ich stehe jetzt einfach nur antworten ich will nun beweisen dass der imame dass der rang imam höher ist als der prophet ich will es vorlesen ok aber dass man von ist also surah 2 vers 124 ok und gedenkt als ibrahim der prophet von seinem herrn mit worten geprüft worden wurde da befolgt er sie er sagte ich will dich zu einem vorbild was übersetzt imam heißt für die menschen machen er sagte und von meiner nachkommenschaft er sagte mein bund erstreckt sich nicht auf die ungerechten und selbst die sunniten wissen dass mit vorbild imam da gemeint ist er macht einen profit zu einem imam check die ist also ein profit der wo schon profit ist ja der wo sie schon sehr hoch ist mit zu einem imam gemacht verstanden also bei euch sind die imame höher als propheten richtig ja und du hast mich ausgelacht und ich habe sie jetzt bewiesen nehmen alles gut mich interessiert nur eine sache also der imam ist höher wie der prophet richtig und ich habe es gerade bewiesen nur ganz kurz wartest du an mich geht raus assalamu alaikum ok ok bergern Friede und Säge sein mit dir alles gut sein mit dir auch schon gottes segen möge gottes recht leite heute haben wir was neues gelernt leute imame sind höher wie propheten leute merkt euch das ja im schiitentum imame sind höher als propheten merkt euch das leute heute haben wir was neues ähm gut er ist draußen keine ahnung warum der jetzt abgehauen ist aber flex sich hat ja auch gerade vorhin die frage ähm sag mal interessiert wer sind die fünf größten gesandten propheten da hast du dich ja auch vorhin ein bisschen interessant gezeigt und ich kenne das mal kurz auf ich weiß nicht wer das weiß adam gehört auf jeden fall wie gesagt nicht dazu das ist nur abraham nur abraham moses jesus und mohammed im islam und jetzt wenn er beispielsweise kommt und der vergleicht irgendwelche imame weil die schiiten das sind irregeleitete das muss ich wirklich so sagen die behaupten anscheinend dass imame irgendwelche imame viel größer sind als propheten wie beispielsweise ein moses der von gott die die offenbarungen bekommen hat die torah bekommen hat der ist wirklich auf den kopf gefallen tut mir leid dass ich das sagen muss aber wirklich solche leute sind irregeleitete und solche leute sollte man auch nicht mit dem islam also dass sie sind dass ich das ist eine ganz andere religion ich bin ehrlich das hat mir was mit kürzendienst und stadt und den theismus zu tun was eigentlich auch schiiten glauben ich habe einen kumpel der kommt aus libyen und ich sage ehrlich ich kenne mich mit dem schiiten tun nicht aus deshalb möchte ich auch jetzt nichts falsches sagen er hat ihr seid ihr sunniten richtig ja genau also ich bin ich bin so nicht so sah die mir seid jetzt wie hat er vorhin geschrieben gehabt dass ich keine ahnung habe richtig ja genau also nein nein nicht keine ahnung ich finde du benimmst dich sehr sehr respektlos gegenüber muslimen sehr respektlos fangen wir jetzt nicht damit an guck mal du machst dein gesicht ganz vorne wenn jemand redet als erste woher nimmst du dir warte mal ja ok bitte willst du mich jetzt die ganze zeit unterbrechen nein nein erzähl erst du dann kann ich darauf was sagen also wenn du hier reinkommst und du bist mit respekt hier drin respektiere ich dich aber fang jetzt nicht an bitte mich zu kritisieren weil sonst reagiere ich anders auf dich es ist alles okay also kannst du kein kritik vertragen ich höre die frage was was hat dir denn die am flex nicht gefallen wenn ich fragen darf du kommst jetzt rein also ich bin jetzt nicht partei ich bin für niemand ich bin unpartei aber du kommst rein und behauptest dass flex anscheinend sage ich mal das ding ist dieser berg kann ich bin selber am handel zu nieten ja aber dieser berg kann hat erzählt und flex hat sehr sehr respektlos reagiert sein gesicht vor kamera gemacht und er hat mehrmals gefragt was los bruder und das ist nicht in ordnung wenn du kein interesse sagt ich möchte es nicht hören also wie wir alle einfach weil er sachen gesagt hat die wir noch nie vorher gehört haben dass die ja ok das ist ja ok weil ihr das nicht gehört hat muss man respektlos sein das ist ja nicht auch nicht ein gesichtsausdruck vom schock her dass man sagen wir gerade wegen einem gesichtsausdruck versteht man sich gerne alle so gewünschte das ist voll verständlich dass sie so ganz gut sei dir bis jetzt reingekommen um jetzt deine kritik abzugeben oder wegen was bist du denn jetzt ich bin reingekommen um zu sagen dass du erstens christentum nicht mit islam vergleichen solltest ja und jeden glauben lassen sollst wie er will weil du du kommst immer hier auf auf tik tok und christentum ist besser als islam woher nimmst du dir das recht weil deine lehre eine satanische lehre ist und das sollte man schon offenlegen ja dann dann lass uns doch satanisch sein was geht dich das an nein doch ich muss meine geschwister aufklären bevor sie so eine satanische ja warte sadia bitte ich bitte dich du bist meine schwester im glauben müssen verlassen live weil guck mal du siehst selber wie sowas ist für guck mal da ich wollte nur was sagen was er was was die mimik hat angeht was er gesagt hat ist gut das ist doch gut ich finde das gut er hat nicht das sunnitentum angriffen hat sich lustig gemacht über das schiitentum weil wenn du dir heutzutage videos anguckt oder du hörst dir sachen an was die schiiten heutzutage machen dann dann fängst du ja selber anzulachen nein generell guck mal bruder wir als sunniten und schiiten können uns bekriegen wie wir wollen aber wenn ein christ oder jude kommt und unsere religion in den dreck zieht warte 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 ihr macht unseren gott zu einem propheten also wenn sich jemand angegriffen fühlen darfst sind wir das ja aber es ist unser leben aber wir aber wir sind ja noch nicht also wenn die respektlosigkeit irgendwo anfängt dann ist es von der anderen selbst nicht von den christlichen also wir verteidigen unseren einzigen wahren gott den herrn jesus christus der könig aller könige das lebende wort gottes was zu fleisch geworden ist und sich hat schlagen und kreuzigen lassen für unsere sünden und die respektiert das nicht mal ihr liebt ihn nicht mal so wir sehen es anders wir haben respekt vor jeder religion ganz kurz wir verbrennen keine bibel also bitte sadia sadia vielen vielen dank du hast uns erleuchtet du hast uns kritik gegeben allein das schon allein das schon ich gehe freiwillig raus weil ihr versucht uns zu manipulieren aber das wichtig genau wir brauchen euch nicht manipulieren ihr manipuliert die menschen nicht wir euch wir christen müssten keine heuchler sein so wie du so wie du es gerade bist und es gibt auch gar keinen grund dass wir christen heucheln müssen sowie leute wie dich zum beispiel um irgendjemanden zu erniedrigen ja ganz einfach du bist noch heuchlerin ja und es ist einfach so christen müssen nicht heucheln um die wahrheit zu verkünden leute wie du aber müssen lügen um andere in der religion reinzuziehen wir müssen das nicht machen ja denn wir dienen ein wahrhaftigen gott und durch die liebe kommst du zu gott nicht durch heuchelei und du bist eine heuchlerin ganz einfach das ist das was ich immer sage leute wie du seid einfach wortwörtlich heuchler ganz einfach das ist ein fakt so lauf alle sorry tut mir leid auf jeden fall alles gut du bist dir respektvoll nur sie ist eine heuchlerin das muss man leider sagen man muss sagen man muss auch wirklich sagen nicht jeder ist perfekt du musst auch selber zugeben flex ich gibt das ja auch selber zu wir müssen menschen wir machen fehler das gehört das gehört in unserer natur weil du bist ja du bist ja wenigstens reingekommen du bist ja reingekommen mit der intention okay hey warum sagt er dass der islam falsch ist vielleicht willst du es ja hören vielleicht willst du es ja wissen ja aber sie ist eine heuchlerin sie kommt hoch sie kennt ihre religion gar nicht sie weiß nicht mal sie weiß nicht mal dass in ihrer schrift dass man sie schlagen darf laut ihrer schrift ja wenn sie widerspenstig wird die sadia wenn ich im islam wäre ich dürfte sie richtige schellen geben ich dürfte sadia richtige schellen geben das dürftest du nicht das dürftest du nur machen wenn sie unzucht begeht und das beim dritten mal und du siehst dass sie beim dritten mal unzucht begeht dann dürftest du sie rein theoretisch schlagen beim ersten mal solltest du das ehebett vermeiden beim zweiten mal solltest du die nähe bei von ihr vermeiden sollte sie dir das dritte mal fremd gehen dürftest du sie rein theoretisch geschlagen also das ist das was ich ja sage wenn sie widerspenstig wird und gewisse dinge nicht genau aber das ist das ist ja nichts sich dann recht weil du ja nicht mit ihr verheiratet ist man wie sadia frauen wie sadia die sollte lieber nicht widerspenstig werden weil eigentlich sollte ihr mann jetzt gerade wo sie widerspenstig wird normalerweise sollte der mann jetzt den jemand weil du widerspenstig ist es ist es ist es ist an sich guck mal es ist schon an sich ganz kurz noch ganz gut ich muss gerade so sein weil sie einfach nur eine heuchlerin ist deswegen muss ich jetzt nicht um sie flex guck mal das geht jetzt nicht an sie noch was ich hinzufügen muss in zukunft sadia wenn du hier hochkommt der bitte ein bild mit kopftuch ja weil du bist offiziell egal ich sag's jetzt nicht egal jetzt respektlosigkeit war einfach dass sie gesagt hat ja wenn wir es zu nieten und schieten uns zanken dann alles gut aber die christen obwohl sorry aber das christentum war vorher da und ihr macht unseren gott zu einem propheten na klar verteidigen verteidigen wir das wir waren lange genug leise und es reicht uns einfach und auf der ganzen welt werden die christen wach und sie ob es dem einen oder anderen nicht gefällt jetzt geht es wurde die ist wir schweigen wir schweigen nicht mehr ganz einfach ich möchte gerne was sagen bei dir hast du ein deine schrift bei dir deine dein buch nein tatsächlich nicht aber es geht um was anderes weil ich werde direkt von sehr vielen sachen konfrontiert und ich wollte eigentlich ein normales gespräch anfangen und mich noch mal kurz auch auf sadia fokussieren aber nicht im negativen sondern in einem anderen sinn ich wollte nur sagen dass so wie sie sich verhalten hat das ist auch nicht böse gemeint nicht gegenüber euch und weder noch gegen sadia weil wenn wir uns das mal angucken die propheten damals haben sehr viel mit mit mitgezogen wenn wir auch jesus beispielsweise angucken er wurde er wurde verfolgt er wurde gejagt und es ist nicht nur jesus sondern sehr viele propheten und das sind ja auch die profi also das sind die menschen von gott das sind menschen die von gott herab gesandt worden sind warum weil sie die größte prüfung hatten im mund bei uns im islam wurde der profi moment sagt wer wurde am meisten geprüft von den menschen sagte er der profi moment das waren die propheten ja was weiß es die menschen von gott sind damals wurden damals die juden in mecca die damals waren das waren ja die kinder israels die sind gegangen weil sie nach ihren letzten propheten gesucht haben dann haben sie halt eben einen stern gesehen und dieser stern war halt eben die geburt vom propheten namens aus seinem er selber die juden haben selber gesucht und haben gesagt habt ihr ein jüdisches kind gesehen vielleicht das aus unerklärlicher weise geboren ist das zeichen gehabt hat mir gesagt nein es sind jüdische kinder geboren in saudi arabien aber nichts mit irgendwelche zeichen die sache dabei ist die juden damals haben sich fokussiert dass der nächste prophet ein jude sein wird aber der nächste prophet kam von den götzendienern heißt es dass er selber ein götzendiener war nein weil er einen monotheismus an einen gott geglaubt hat selbst der profi moment er hat selber immer gelacht er war wirklich aber immer positiv drauf egal ob muslim oder nicht muslim die leute haben angespuckt haben ihn mit steinen geworfen und so weiter und deshalb fand ich diese reaktion von sadia nicht gut weil als muslim gibt es sachen man muss man muss sich man muss selber diese sachen wirklich tatsächlich aushalten können um den leuten zu übermitteln leute ich bin hier um eine normale konversation mit euch zu führen und euch zu verstehen du bist ja du glaubst ja sehr sehr fest du glaubst er sehr sehr fest an dem islam richtig hier wenn ich dir laut einer sunnitische quelle zeige dass der prophet verhext ist was dann dann würde ich es glauben und das stimmt auch ich kenne die geschichte her okay also warum glaubst du an einem verhexten propheten weil ich selber sei ich selber schon mal verhext worden bin ich weiß wie es verhext worden ist deshalb haben wir ja auch ein eine sura bekommen koran was uns dagegen hilft gegen diese verhexung und ja aber wie kann gottes zulassen dass ein prophet der sein wort an die menschheit erzählen sagen soll zu lassen dass er verhext wird das wird er niemals zulassen kein einziger prophet war jemals verhext sorry aber also weißt du worauf juli hinaus möchte es geht es geht darum wenn gott einem propheten also diesen titel dieser dieser titel schon als prophet ja denn bist du da um die menschheit die botschaft zu verkünden von gott also wie hat muhammad das hinbekommen als prophet dass er verhext wird also wenn du verhext wird bist dass es nichts gutes das ist sogar was dämonisches ja genau genau das hat ja viel nur du arbeitest an ihm an die mann des wächstes abarbeiten die exe und jungs zusammen ja genau ich bin ganz deine meinung das ist ja einfach mal so besinken soll dass man so minute so runterkommen weißt du denk mal darüber nach wie kann es sein dass jemand wie kannst du okay jeder soll glauben wer möchte ganz ehrlich glaube es eine entscheidung so jeder kann sich dafür entscheiden aber es gibt ja nur eine wahrheit und ein wahrhaftigen gott guck mal der liebe gott der hat ja sein seine pläne gehabt mit dieser welt von anfang bis zum ende ja so der hat auch dafür gesorgt dass meriam ja die mutter jesus nie angefasst wurde von satan das heißt sie war auch sündenfrei ja so auch jesus jesus wurde auch nicht alle so wo wir von der sünde angefasst warte bitte ja das hatte mit einem plan gemacht weil jesus ist hierher gekommen mit einem plan er sollte nie nie sündigen er hat nie gesündet und er wurde nie von satan angefasst das heißt gott wird niemals zulassen dass egal was in dem weg seines planes kommen würde er wird das auf jeden fall nicht zulassen so wie lässt erst so dass jemand verhext wird dann wird er doch einfach jetzt den propheten beschützen dass er nicht verhext werden kann weil hallo die leute würden ihnen dann wahrscheinlich nicht mehr glauben so er redet er jetzt wirkt wahrheit oder ist jetzt gerade weiß was meine verhext oder so ja also was verhexten angeht nur ganz kurz ich kann euch sagen ich habe hier von selber zu gehen ich wurde mal verhext was heißt verhext verzaubert er gesagt und was zauber angeht es gibt keinen guten zauber es gibt keinen schlechten zauber zauber an sich ist immer schlecht das ist der heiligen geist hast dann kann dieser hokus pokus die gar nichts wir glauben dass der heilige geist sein erzengel ist darf ich dir kurz eine sache mit geben verteidige nicht etwas was dämonisch ist weil das ist nicht glücklich das sage ich dir ganz ja du guck mal du kommst jetzt mit etwas was du sagst er wurde verzaubert deshalb besser dämonisch wo ich wurde auch verzaubert wenn ich deshalb auch dämonisch nein aber ein prophet der du verstehst nicht worauf ich hinaus möchte es geht darum er ist ein prophet seit wann ist ein mann gottes seit wann lässt ein mann gottes sich verhexen er ist kein prophet das sage ich dir ich sage dir auch ganz kurz wurde johannes verhext nein wurde issa verhext nein also issa jesus obwohl es trotzdem nicht die gleichen sind aber egal wir lassen es trotzdem dabei jesus wurde nicht verhext die anderen propheten john mark und die keiner von diesen propheten wurde jemals verhext aber komischerweise der einzige prophet in der ganzen geschichte der verhext war mohammed wie kann so jemand der beste prophet sein der verhext ist die sache ist er wurde ja vom vom zauber wieder befreit die frage die frage ist jetzt wusstet ihr dass er vom zauber wieder befreit worden ist oder nicht ja ja alles gut was ist aber wenn ich dir du kannst du kannst mir das gerne beweisen meine frage ist wusstet ihr dass er vom zauber wieder befreit worden ist oder nicht doch er wurde natürlich davon befreit gar keine aber wie wurde er davon befreit du das kann ich dir jetzt ich will jetzt nichts falsches sagen du willst versuchen du willst versuchen mir etwas zu beweisen ohne dass du dich jemals mit diesem thema beschäftigt hast und das ist für mich das ist jetzt jetzt fängst du an etwas zu erwähnen was mir nicht gefällt ich habe es gelesen der war verhext der eine auf der ihn angeguckt hat hat gesagt oh gott erst verhext und die geschichte kann ich dir sogar vorlesen das ist nicht mal das problem aber du kannst jetzt nicht sagen ich habe die geschichte nicht gelesen ich habe es gelesen in den hadith weil sonst würde ich es nicht wissen ob er verhext ist oder nicht verstehst du sonst würde ich ja nicht erwähnen aber das man könnte auch das gleiche man könnte auch bei salamo beispiel waren will soll er man alle sondern er hatte doch ein ding gehabt ich weiß nicht kennt ihr die geschichte von salamo welchen so ja natürlich ja der der sohn von david von david die macht von überwind hatte und er hatte einen ring ok wer hat einen ring und mit diesem ring er kennt die geschichte mit dem ring oder oder muss ich euch die das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen dass mit dem ring ok ich kenne mich wie gesagt nicht so mit dem christentum aus aber der der prophet salamo salam hatte einen ring mit dem er die macht hatte die dämonen zu kontrollieren das heißt die haben damals wo er in diesem reich israel gelebt hat hat er damals wirklich bedienstete gehabt er hat menschen gehabt er hat mit den tieren gesprochen ein prophet er hat die macht über die winde gehabt und er hat die macht über die dämonen gehabt jetzt kommt die sache raus er hat sich die bibel oder aus dem islam ich gehe mal davon aus dass es auch in der bibel steht weil das mit den regen ist ihr kennt ja wahrscheinlich herr der ringe gelesen hast du vorhin gesagt nur dein nein das ist ähnlich das ist ähnlich nein aber so hat die bibel nie gelesen also du zitiert das gerade aus deinem buch heraus was du gelesen hast oder ja das ist nicht aus meinem buch das hier auch hat die sommerlich zu sein aber es gibt doch auch diese eine geschichte mit dieser eine königin die gibt es auch in der bibel soweit ich weiß die damals in einem persischen reich gelebt habe und der prophet salamo sie damals geheiratet hat damals das sagte doch der prophet salamo zu sein gedienst bediensteten das war ein dämonen er sagte zu ihnen bringe mir ihr wie sagt man dazu in der ihr thron zu mir warum weil salamo hat nur einen gott angebetet und die perser damals das waren ihr sonnen anbeter und sie wollte ihnen salamo wollte ihnen dem volk nur zeigen und der königin dass sie nur einen gott anbieten und später ist dieser bedienstete mit dem thron aber wirklich nach einer gewissen zeit weil diese dämonen sind wirklich schnell und sehr stark in sein reich also nach israel gekommen bis sie dann später den glauben angenommen hat die sache jetzt dabei ist wenn wir jetzt über salamo reden und salamo hatte die macht mit diesem ring jeder kennt herr der ringe das haben die auch von der bibel geklaut anscheinend und haben da was verändert es gibt vieles was man von der bibel geklaut hat kann man guckt man kann auch die filmindustrie angucken eins davon ist der herr der ringe dass salamo die macht über die dämonen hatte und wenn wir jetzt darüber reden warum hat gott eigentlich salamo die macht über die dämonen gegeben ist das dann auch nicht dämonisch ist das dann auch nicht irgendwie eine azentanisch nein ist es nicht weil das ist einfach eine allmacht die gott salamo gegeben hat damit er die macht darüber hat bedienstete zu haben die ihm gehorchen aber im großen und ganzen will ich damit nur sagen egal ob dämonen ob man mit dämonen zu tun hat oder nicht der prophet wurde verhext das stimmt und ich möchte nicht sagen dass es nicht stimmt aber fakt ist also wirklich fakt ist dass es ist es ist das ist immer noch kein natürliches wort warum er kein prophet ist also für mich ist das immer noch ich bin ganz offen und ehrlich zu dir ich bin ganz offen und ehrlich zu dir weil ich bin kaum zu worten gekommen aber ich kann dir eine sache sagen du folgst einem propheten der verhext wurden ist und folgst seine worte ja und wenn ich dir jetzt zeige dass dein prophet indirekt mit dem satan in kontakt war und dass er mit satan gesprochen hat glaubst du weiterhin an diesem propheten jesus hat auch anscheinend laut der bibel mit satan gesprochen auf diesem berg natürlich glaube ich immer noch an jesus du musst mir zuhören also mir kommt nur jesus in den kopf weil darf ich bitte reden ja bitte okay satan hat ihn versucht ja das ist der unterschied aber jesus hat jetzt nicht mit ihm kommuniziert als sei er sein kumpel ist ein riesen unterschied er wurde von satan versucht und satan hat es nicht geschafft das ist ein riesen unterschied mohammed hat aber tagtäglich mit dem satan zu tun laut den hadisen also wie kann man einem ich sage jetzt mal prophet ja folgen der mit satan in kontakt war der mit satan tagtäglich in kontakt war wie kann man so jemanden folgen das würde also dass ich jetzt ich möchte jetzt nicht irgendwie schlechtes vorgaukeln aber das würde sich meiner meinung ich weiß nur ganz kurz der propheten das sind drei hadise ich werde dir heute beweisen dass du einem propheten folgst der mit satan in verbindung ist aber bevor wir bevor wir ja über diese hadise sprechen geh mal bitte auf suche 19 nur ganz kurz bevor wir kurz darauf eingehen ich kann du sagst mir die hadise und ich gucke ob die authentisch sind oder nicht weil die sind mehr als nur authentisch alles gut das kann ich ja gucken alles gut alles gut wir gehen mal bitte auf suche 19 jetzt wird es interessant weil da bin ich gespannt wie du reagierst auch der tafsir erklärt es genauso da geht es nicht um testen sehen wir ganz genau wer eigentlich euer allah wirklich ist da offenbart sich ein allah wie er wirklich ist was ich eigentlich sehr sehr traurig finde so leute alle mal leiten leute ich küsse eure herzen so julie jetzt ist doppeltab 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 ja jetzt geht es gleich richtig ab so alle anfragen geschickt haben bitte ein bisschen geduld haben und ich hole euch dann hoch wenn ihr noch mal eine anfrage geschickt noch mal ganz kurz ein adiv oder koran nein nein der koran bevor wir den hat dies lesen erst mal den koran da bin ich mal gespannt was du dazu sagst das können wir machen du meintest aber der prophet moment hatte viel kontakt mit dem satan habe ich recht dazu kommen wir noch schlag mal suche 19 auf alles gut ja aber wenn wir wenn wir wenn ich immer wenn ich anfange den koran zu rezitieren und so hat der prophet man mit dem auch rezitiert fängt er immer mit also bilder himmel schaitan und jemand weißt du was das bedeutet alles gut weißt du was das bedeutet ich will es gar nicht wissen alles gut doch das passt doch zum thema du willst doch mit einem thema anfangen da müssen wir doch mit diesem thema weitermachen was heißt das ja ich suche zuflucht bei allah vor dem verfluchten gepeinigten satan okay alles klar aber warum sollte er sowas sagen aber warum sollte er sowas sagen wenn er anscheinend kontakt mit dem satan hatte lovala geh mal bitte auf die surah 19 wer ist 83 okay so oder 19 vers 83 flex flex ja alles okay ist dass wir den satan gegen die ungläubigen gesandt haben damit sie damit sie sich heftig aufreizen okay ich lese es dir mal vor also siehst du nicht dass wir an dieser satan gegen die ungläubigen gesandt haben damit sie heftig aufreizen also dein allah schickt dämonen um anders ungläubiger oder ungläubige aufzureizen das ist schrecklich dein allah dein allah der selber der fürst ist schickt dämonen und nur nur ein teufel schickt dämonen und nicht gott gott schickt keine dämonen schickt dämonen um was um die ungläubige aufzureizen eigentlich ein wahrhaftiger gott würde sagen auch die ungläubigen müssen wir die schrift geben damit sie was zur wahrheit finden das ist ein wahrhaftiger gott aber ein gott der sagt ich schicke satane um noch die ungläubigen aufzureizen bist du sicher dass du da eigentlich wirklich den wahrhaftigen gotter folgst was verstehst du denn unter satan wer sind denn dieser tanne dämonen das sind dämonen wenn du sagst ich schicke satane auf dich mehrzahl dämonen allah schickt dämonen um ungläubige aufzureizen du glaubst an einen gott der wenn jetzt irgendjemand ungläubig ist anstatt dass allah sagt hey hilft diese ungläubigen nein allah sagt ich schicke satane auf euch guck mal was verstehst du denn noch alles unter satane außer dämonen das ist ja noch mal die frage ich weiß ich kann nicht verstehen aber du kannst mich ja nicht mit einem mit einem argument kannst du mich direkt um christentum überzeugen meine frage was was verstehst du denn noch unter dämonen wir müssen wir gehen doch spezifisch aus diesem vers auf ich verstehe nicht wir gehen ja nur auf den vers gehen wir noch ein sind dämonen sind geschöpfe oder spirituelle wesen jetzt musst du mir zuhören die den fürsten dienen und hier sagt allah der eigentlich ganz ehrlich du musst mir zuhören genau aber du hast du zuhören du musst mir zuhören du unterbricht nicht ständig versagt aber dass er die satane für die menschen die ungerecht sind zu denen schickt ich verstehe das doch nicht versteht nicht ungerecht da steht ungläubige ausschuldigung ungläubige genau jetzt nicht dancing machen wir wollen bei dem vers bleiben ja ich bleib doch bei diesem vers aber wir gehen jetzt wir gehen jetzt nur muss auf die ungläubigen drauf an und auf die satane satane kann man auch als menschen beurteilen ist doch im christentum vielleicht aber im islam gibt es auch satane die menschen sind du verstehst das immer noch nicht doch ich verstehe es also schickt alarm menschen um ungläubige aufzureizen du hast dich selber gerade begraben du hast dich gerade eiskalt selber begraben du hast gesagt allah damit die satane sind menschen gemeint du hast jetzt eine ausrede gesagt ich habe gesagt satane können auch menschen ich habe gesagt es gibt zwei arten von satane es gibt einmal die djins die satane sind dann gibt es uns dann gibt es jens lauf allah du musst mal zuhören wenn jemand redet rede nicht immer rein bitte bitte ich lass dich da noch reden ist gar kein problem aber du verteidigst etwas wo es nirgends zu verteidigen gibt sei es ein mensch sei es ein dschinn sei es ein dämon allah schickt sie um ungläubige aufzureizen verstehst du es immer noch nicht was willst du da verteidigen wenn du ein vers sogar weiterlesen tut amin amin zu beschleunigen wir zählen ihnen schon die tage ab sogar noch schlimmer und wenn du noch ein vers weiter liest noch schlimmer amin die satan die satane und die ungläubigen werden ja auch bestraft in der hölle weil hier steht ja bei deinem herren wir werden sie ganz gewiss vermeiden sie und die satane jedoch werden sie ganz gewiss links um die hölle herum auf die knie herbei herbeibringen amin aber wer sind die wer sind die satane ich meine es gibt einen satan und alles was zu ihm gehört sind dämonen die kinder vom satan die geförtert das sind dämonen das sind keine satane das sind satane der satan ist ein der satan das ist ein anderes thema also dein dein aller satane du hast den vers selber ausgelegt was damit gemeint das sind damit die menschen gemeint aber der tafsir jalein sagt es sind satane du sagst es sind menschen also habe ich nicht gesagt es sind satane doch es sind satane aber die satane selber was ist damit gemeint die satane gehen zu den menschen hin und aber beschützt diese menschen meine geschützungen doch nicht drinnen die ist aber 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 guck mal was man was man sollte warum sollte aber selber sagen hey guck mal ich schicke den menschen die satane damit meint aber auch den vers selber auszulegen allah sagt klipp und klar erschickt satane warum versuchst du diesen text zu verteidigen weil gut du hast recht ich das ist meine schuld ich das ist meine schuld dass ich den text verteidige weil ich selber der arabischen sprache nicht dass der arabische wortschatz wortschatz beinhaltet zwölf millionen wörter weil es zur semitischen sprache gehört der latein wie deutsch das ist ja eine germanische sprache enthält nur 200.000 wörter du hast du das wort nur ganz kurz was für das wort löwe alleine 80 wörter du kannst nicht eine semitische sprache mit einer mit einer mit einer mit einer mit einer mit einer germanischen sprache vergleichen das sind zwölf millionen aber wenn jemand jetzt lernen möchte dann und er kann nur deutsch dann wie soll er das dann verstehen wenn es dann falsch und ich bin kein gelehrt noch mal also unser gott der warnt uns vor dämonen der sagt bleibt weg bei satan und bei dem moment bleibt auf dem guten weg und haltet euch fern von ihnen und macht keine sünden ja deshalb sagen wir doch auch so will ich bin schaitan rajim besuchen zu noch mal du bist nicht dumm stell dich bitte nicht dumm du bist schlau genug um das zu verstehen also wenn ich im islamischen glauben wäre und jemand würde mir diesen vers zeigen ich würde mir starke gedanken machen und nicht versuchen den vers auf krampf zu verteidigen ja weil du verteidigst es auf krampf und das gefällt mir nicht guck mal ich muss ehrlich sein der tafsir soll ich dir mal was verraten der tafsir erklärt dass allah dämonen schickt um was um die ungläubigen aufzureizen du kannst nicht irgendwie irgendetwas interpretieren was nicht da drin steht weil du legst den vers selber aus wie du es willst und wie du es haben willst aber in den tafsir steht ganz klipp und klar und deutlich allah schickt satane was soll ich dir zeigen dass du zum beispiel jetzt nicht unbedingt was zugeben möchtest hier weil jetzt ja viele zuschauer da sind und irgendwo was soll ich denn zugeben also keiner egal egal was du auch fühlst oder denkst wie es auch sein mag lass es erst mal so runterkommen verstehe erstmal was da steht und geh deinem buch nach forsch nach und hinterfragen und mach weißt was ich meine so jeder mensch sollte einfach hinterfragen und machen dafür sind wir hier auf dieser welt solange du lebst hast du noch die chance um ja um irgendwas ich meine es nicht böse mit dir aber du folgst einen gott der höchst persönlich der fürst ist und dieser fürst verwirrt euch in dieser schrift aber extrem also würde ich solche dinge in der bibel lesen die nicht göttlich sind denn wer schon lange atheist schon längst ja ein falsches wort und ich bin sofort atheist und ich meine das ernst ich finde aber so solche dinge nicht in der bibel dann hast du wahrscheinlich erst ja dann das ist eine sache leitet recht wenn er will da kann ich nichts dazu sagen aber jetzt kommt man jetzt geht und gerade selber begraben du hast nicht auf den geraden weg bringen weder kannst du mich guck mal weißt du was man sagt guck mal ganz kurz ernsthaft hast du gerade ernsthaft gesagt allah leitet recht wem er will genau das ist nicht eigentlich selber reden das stimmt doch auch allah leitet recht nicht selber geht du kannst der schlimmste mensch auf der welt sein aber würde dich recht leiten selbst egal welche religion du angehörst ich kenne hinduisten die den islam angenommen haben christen den islam angenommen haben selbst ich glaube flex meint würde kann es so sein dass er zum beispiel jemanden nicht recht leiten will ja das sind leute die ihn vom tiefsten aus hassen aber wieso wieso ich meine ein liebvoller gott will doch dass jeder zu ihm findet und jeder aber auch liebevoller gott und sagen wir mal euer gott beispielsweise jesus christus möchte doch auch dass jeder zu seinen weg findet warum wenn er so liebevoll ist warum bringt er dann die ganzen muslime dass wir alle alle die wahrheit erkennen jede seele zählt aber viele die ja und die andere viele beten auch bruder an und wird weiß ich wie die ganzen staaten liebter sie und trotzdem leben die noch und atmen die noch und sind die noch nicht tot und haben die noch die chance um die wahrheit für sich selber zu zu suchen und zu finden ja und genau so ist es auch im islam die leute die haben noch die chance bevor bevor sie ihr letzten atem zu machen atemzug machen den weg zum islam zu finden deshalb sage ich ja auch aber leitet aus freien willen aus freien willen ja ja aus freien will natürlich guck mal es gibt doch es gibt eine sohn im koran und dies an euch gerichtet dies an euch gerichtet ich habe auch eine suche für dich gleich wie heißt sagt sagt o ihr ungläubigen ich diene nicht dem ihr dient und ihr dient nicht dem ich diene und ihr werdet auch nicht dienen dem ich geht dem ihr gedient haben und ihr werdet nicht dem denen ich diene euch eure religion und mir meine religion deshalb sage ich aber leitet recht wenn er will wenn ihr zu meinen religion gehört amin wenn nicht dann ist das eure sache ich halte mich daraus eine 1 1 sache eine sache die mich auch wirklich zutiefst interessiert ich habe gemerkt du verteidigst es ist ja okay aber merkt ja eine sache bevor die raus gehst und das habe ich mir auch selber immer wieder gesagt dein gott sagt selber in der sure 86 vers 67 dass zwischen den lenden der brust dass da sperma rauskommt also dass da aus einem ergießen im wasser das heißt also glaubst du daran dass also wenn du den tafsir nimmst und den tafsir lesen tust steht da dass zwischen den zwischen der rippe der frau sperma rauskommt glaubst du daran dass zwischen der rippe der frau sperma rauskommt ich kann ich kann mich nicht aus und aus der brust glaubst du dass aus der brust sperma rauskommt bei der frau produziert da kommt auf jeden fall muttermilch raus bin ich mir auf jeden fall sicher wenn das kind geboren wird oder kurz davor oder trotzdem von sperma gesprochen das würde ich gerne mal sehen also noch das kurz und dann gucke ich ob das ein hadith wahrscheinlich ne nein das ist eine sure eine okay ja dann möchte ich mal gucken zeigt mal wie heißt es nicht 86 7 und dann in tafsir dazu noch mal wie bitte 86 86 7 86 7 aber lauf allah du bist schon ein sehr respektvoller junger sich mal also du bist schon korrekt es gehört auch muslim dazu derjenige ganz ehrlich das ist ein guter junge 86 7 was zwischen der länden der weiblichen bus hervorkommt dann ließ das ist eine kurze suratale beim himmel bei den pochenden und was lässt sich wissen bismillah doch mein rahim beim himmel der pochenden und was lässt sich wissen was der was das pochende ist er ist der durchbohrenden hellen stemmen durchbohrend hellen stemmen es gibt keine seele über der nicht ein hüter eingesetzt ist so soll der mensch doch hinsehen worauf er erschaffen ist er ist aus ergießen im wasser erschaffen das zwischen der lehnten und der weiblichen brust hervorkommt er gießen alle aus wasser sind doch wie gut 80 prozent aus wasser ja doch dass wir bestehen aus was hallo immer zu aus der brust der frau kommt kein ergießen im wasser raus bitte er hat sie aus ergießen im wasser erschaffen wir wurden aus ergießen im wasser erschaffen steht doch drauf dass zwischen der länden und der weiblichen brust hervorkommt er hat die macht nicht was kommt aus der brust der frau heraus mich und warum steht da wasser ergießen im wasser ich habe noch mal gesagt das arabische ist eine komplizierte sprache millionen wird dann das man das sind zwölf millionen wird warum hört ihr warum hört ihr nicht zu wenn man mit euch redet guck mal ich zeige dir den tafsir denn beweise ich dir dass dein allah sagt dass das sperma rauskommt okay ich zeige es dir weil sonst glaubst du es eh nicht und dann sagt mir ob du da den fehler gefunden hast guck mal das ist einfach so eine sache nichts daran deine aussage ist nicht ausschlaggebend denn die aussage deines imams und die gelehrten sind ausschlaggebend weiß ich weiß guck mal ich meine frau selber schwanger und ich weiß selber also ich weiß dass das wie muttermilch aussieht ich muss es sagen das ist das ist nicht wie komisch das ist wirklich flüssig und dann wirklich tatsächlich muttermilch links haben ist das wie als wenn du wasser trinken würdest das schmeckt nicht mal nach milch das lege aus der brust der frau kommt keine sperma raus da kommt keine sperma raus aber da steht ja erschaffen also wie jetzt da muss es ja sperma sein oder warum sollte es sperma sein das ist ein sperma wird ja ein b wie hast du denn eine frau geschwängert mit was aber da kommt doch aber da kommt nein aber ja aber die sache ist also er behauptet guck mal er behauptet gerade dass aus der aus der brust der frau sperma rauskommt das behauptet er ich sage nein das stimmt nicht ich zeige es ihm alles gut das gut ich zeige es dir okay damit du verstehst dass dein koran auf jeden fall wissenschaftlich der größte fehler ist ich zeige es dir einfach also suche 86 wäre es sieben ließ mal laut vor für uns ich kann leider kein englisch also he was created of gushing water emerging from between the loins and the chest okay da haben wir es schon mal when the human individual was created he was created from water thrown and spilled water that came forward from the back of the man and from the bones jetzt wird es interessant from the bones within the woman's breast first he was was ließ das mal vor was a sperm drop also aus der brust der frau ja wir waren doch alle einsperren wir waren doch alle ein drop wie heißt das ist das dein ernst man ich war bei einer erzten letzte woche hör mir zu hör mir zu hey dicker hör doch wenigstens zu ja ich höre dir zu jetzt bitteschön kerle du kannst an die lüge weiterhin glauben wie du willst der tafsir sagt dass aus der brust der frau sperma rauskommt man glaubst du an so einen müll ich brauche ich muss meinen eigenen augen sehen aber auch deutlich ehrlich sein bitte die seite oh mein gott dicker lass mich doch wenigstens ausreden aber du musst mir die seite geben bitte das ist sehr sehr bekannt alt tafsir geh einfach auf alt tafsir aber hör mir erst mal zu ich war letzte woche beim arzt und habe diese frage gestellt weißt du was die ärztin gesagt hat ja weißt du was die ärztin gesagt hat als ich diese frage gestellt habe ob aus der brust der frau sperma rauskommt weißt du was die ärztin zu mir gesagt hat wer hat ihnen diesen hirngespinst erzählt kommt aus der ganz ehrlich ganz ehrlich kommt aus der rippe der frau wasser raus nein kommt aus der brust der frau wasser raus muttermilch besteht eigentlich auch aus wasser also ja ach du scheiße muttermilch besteht ja aus wasser äh äh besteht ja auch aus wasser oder nicht ich sag jetzt erstmal nichts dazu alles gut okay alles gut geht geht zu der ärztin und frage stell dir diese frage stell dir diese frage ist das von eben kaffee das ist äh von diesen gelehrten hier ist auf jeden fall authentisch ist ein tafsir ist ein tafsir ist ein tafsir mal gucken wer das ist einen moment okay eine sekunde aus der rippe der frau kommt kein sperma an die ganzen muslime die hier in den chat reinschreiben ihr seid total ihr versucht etwas zu verteidigen und ihr habt keine ahnung der vers ist klar und deutlich ja aus der rippe der frau kommt keine sperma ja hört auf zu heucheln hört auf zu lügen man aus der rippe der frau kommt keine sperma das ist ein fakt gibt's nicht ich muss mich erst selber überzeugen ich muss mich erst selber überzeugen weißt du was du machen musst geh einfach zu der ärztin wenn du ein arzttermin hast und stell dir diese frage ob sperma aus der rippe ich muss mich erst mal davon überzeugen dass es wirklich wirklich so ist wie du behauptest wenn es wirklich tatsächlich so ist genau wenn es wirklich geh einfach nur zu deiner ärztin und stell dir diese frage erstmal kurz ah ok passt also wie heißt der mal nochmal hier bitteschön am besten speichern die einfach diese seite ich weiß nicht nur kurz wissen wie der mann heißt der kasch kasch dankeschön ähm kasch al asra as ra okay dankeschön tanoushi tanoushi hat es auch selber reingeschrieben die schwester muttermilch besteht aus proteine kohlenhydrate fett und nicht aus wasser love allah ich will dir nur eine sache sagen allah hat den größten fehler gemacht oder allah ist unwissend warum aus der brust der frau kommt keine schwarze sperma ganz einfach mal ob das stimmt so wie wew wew auch gott warum spinnt das jetzt steht das so auf grad ich hasse das jetzt so wie viel hier haben wir es muttermilch besteht aus verschiedenen bestandteilen die für optimale versorgung des babys sorgen die hauptkomponenten der muttermilch wasser wasser macht wie viel prozent aus einem moment kommen wir erst mal auf die kleinen punkte ein fette kohlenhydrate proteine jetzt pass mal auf wasser wasser macht den größten teil der mutter mich aus etwa 87,5 prozent zum vergleich eine wassermelone besteht zu 90 prozent aus wasser wie den fall sagt aber da kommt nur wasser und nicht das was du gesagt hast vorhin hast du gemeint dass es nur aus kohlenhydrate fette und aus protein das hast du doch vorgelesen ist ja richtig ja aber nicht 80,5 prozent steht es aus wasser aus 87 prozent ja richtig aber allah sagt dass aus der brust sperma rauskommt verstehst du was ich meine guck mal nochmal da gibt es doch allah sagt auch oft im koran der mensch wurde aus einem wurde wurde aus einem aus einem tropfen sperma erschaffen du wurdest auch aus einem tropfen sperma erschaffen damals wo wurde deine mutter schwanger geworden ist hast du dich doch hast du dich doch von deinen von den ganzen spermen durchgesetzt und das war dieser tropfen von orgasmus was von unseren vätern rausgekommen ist und wir uns durchgesetzt haben und damit ist gemeint wurde diesmal bitte einfach nur diesen tafsir lest dir den bitte durch und dann wirst du auch erkennen dass aus der frau also aus der brust der frau dass das sperma rauskommt ich habe diese frage tatsächlich meine ärztin gestellt was war das noch mal für eine sora und was war das für eine eier das war 86 7 so der 86 7 genau 86 7 und dann kannst du auch tafsir jellelay nehmen kannst eben abbas nehmen kannst auch die anderen jetzt auf deutsch moment die deutsche version ich bin gespannt wie das eigentlich eigentlich bin ich bin 86 auch bekannt als alterik die pochende das hat mir von enthält ich ganz kurz ich muss sogar auch ehrlich sagen ich habe sogar einen fehler gemacht zwischen der brust also zwischen der rippe und der brust das heißt also nicht aus der brust direkt sondern zwischen den rippen und der brust und da kommt ganz bestimmt kein wasser und kein sperma kannst du sogar lesen da habe ich sogar einen kleinen fehler selber gemacht ja das ist das ist wenn dann das ist wenn dann mein fehler gewesen jetzt gerade also zwischen der rippe der frau hier steht hier steht die surah 86 auch bekannt als alterik die pochende enthält den vers 7 den folgenermaßen laut es gibt keinen zwang im glauben der richtige weg ist nun klar erkennbar geworden gegenüber dem unrichtigen ja also der nicht an falsche götter glaubt aber aber an allah glaubt hat gewiss den sichersten halt ergriffen bei denen es kein zerreißen gibt das aller allhörend und allwissen dass das ist dieser vers betont die freiheit im glauben der mut dazu an den einen gott zu glauben sich das ist ja hier die erläuterung zu diesem vers besagt dass der mensch aus einem heraus schießende flüssigkeit entstanden ist wir sind aus einer heraus schießende flüssigkeit entstanden wir müssen nicht weiter erzählen was sperma ist und was sexualität ist die sowohl vom mann als auch von der frau kommt die frau wird kommt auch also dass ich das so sagen muss aber die frau kommt auch zum orgasmus kommen und das ist auch eine flüssigkeit diese flüssigkeit durch den geschlechtsverkehr wird oft von dem partner kaum beachtet ja und das ist so aus der rippe der frau kommt keine sperma raus bruder bitte bitte nein es geht einfach darum ich verstehe nicht wo das mit der rippe ist ich habe hier nur die erläuterung vom vers und die erläuterung vom fans ist ein okay noch mal ich lese dir vor he was created of gushing water emerging from between the loins and the chest das bedeutet aus der rippe der frau kommt ganz bestimmt keine flüssigkeit ganz bestimmt kein wasser wissen was das auf deutsch bedeutet dieser satz möchte ich gerne übersetzt auf deutsch haben auf deutsch haben okay ich kann sie gerne übersetzen oder mach doch mal den taxi hast du den taxi gerade offen ja hier steht ja die erläuterung sechs stück genau ich glaube nicht da hat der eine geschrieben nehm nimmt in kashir tefsir kashir tefsir ach ibn kashir ich bin ibn ibn kathir kashir oder kashir kashir heißt das das muss so ganz aussprechen in kashir also ich finde ich finde das schrecklich also zwischen der rippe der frau also julie jetzt mal im ernst also wirklich zwischen der rippe der frau kommt da wirklich sperma raus also meine ärzte hat gesagt ist der größte müll den es überhaupt gibt ja glaube ich auch nicht also ich meine die ärzte die wissen ja was sie sagen ja sonst werden wir es ja alle wissen irgendwie wahnsinn aber da steht auch da wurde erschaffen das heißt also ja das ist ja das einzige was hier ein kind macht ist ja das sperma dafür geht es in die barmutter und dann gebärmutter und dann da passiert ja ja aber aber da steht zwischen der zwischen der rippe und der brust ja heftig also zwischen der rippe und der brust da kommt ganz bestimmt nicht die was created of a gushing worte emerging from between the loins and the chest hatte das ist der größte fehler hier 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 ich hab's gefunden ich hab's gefunden von der ist von eben kathir ok wird der kommentar von eben kathir ist eine bedeutende quelle für die auslesung des korans lassen sie uns die erleiterung für so 86 vers 7 betracht betrachten er kommt aus dem rücken denn des menschen hervor er kommt aus dem rücken des menschen hervor das ist ja das ist ja das ist ja der koran vers das ist der vers jetzt geht's zur jetzt geht's zur erläuterung einen moment eben kathir erklärt diesen vers in dem er sagt dass der mensch aus dem rücken seiner mutter geboren wird dieser vers betont die schöpfung des menschen und seine abhängigkeit von allah er ist er ist er ist in einer politischen beschreibung die den wunder der menschlichen entstehung hervor hervorhebt bitte einfach zuhören ok gut aus dem rücken ja ja das wollte ich warum bin ich extra hochbruder wollte ich ja auch sagen zum beispiel mal aus den rücken was ja 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 das stimmt schon was man lauf anna wiederholt ist noch mal aus dem rücken was ja und die schöpfung des menschen und seine abhängigkeit von allah er ist politisch beschreibung die die wunder menschliche entstehung hervorhebt war das dass das der mensch aus dem rücken seiner mutter geboren wird also also hatte ich wohl doch recht gehabt wie es aussieht ja hundertprozentig jetzt werde ich jetzt glaube ich gut zu wenn wir gut zu das ist der größte wissenschaftliche fehler den es jemals in der geschichte gegeben hat was mir vorgelesen wird sie ließ das noch mal vor viel von für 450 leuten weil die meisten muslime haben hier dumm gelacht ließ das mal bitte vor was ist davor gelesen aus den rücken ließ das bitte noch mal vor ja ein moment also immer kathir erklärt den vers in dem er sagt dass der mensch aus dem rücken seiner mutter geboren wird dieser dieser vers betont die schöpfung der menschen und seine abhängigkeit von allah jetzt gucken wir mal was die wissenschaft dazu sagt weil wir haben jetzt die religionsweise geguckt jetzt gucken wir was die wissenschaft dazu sagt aus den rücken achte ich weiß das einzige was ich weiß dass das die gebärmutter mit so also schon an dem unterrücken fest das ist das einzige was ich weiß dass die gebärmutter die ist ja befestigt an dem unterrücken der frau sondern die frau die tage hat dann hat sie rückenschmerzen hinten unten aber das kind wird nicht aus dem rücken gebärt also das ist jetzt wieder nein also also lovala lovala das möchte ich dir mitgeben wenn du denkst dass aus dem rücken dann bist du verloren also dein allah hat eindeutig ein riesen fehler jetzt gucken wir gucken jetzt die biologische sicht okay also julie und fahrer der ehrwürdige klärt im café beginnt sein kommentar den koran mit lobpreisung für allah dem herrn der welten in der tat ist das lob eine wiederkehrende und bedeutungsvolle eröffnung im koran die die größe und die allmacht des schöpfers hervorhebt der fest auf den sich auf auf den sie sich beziehen lautet alles lobt wird allah der die himmel und die himmel und die erde erschaffen und den finsternis und das licht gemacht hat dennoch setzt selbst in ihrem herrten gleich hatte ich ja die politische beschreibung der schöpfung des menschen betont die wunder der menschlichen entstehen biologisch gesehen ist die geburt eines menschen auszulücken seiner mutter natürlich nicht wörtlich zu verstehen vielmehr handelt sich es sich um eine symbolische darstellung die abhängigkeit des menschen von allah verdeutlicht die die biologische erklärung für die menschliche geburt liegt im prozess den embryo genese eine befürchtet das gut entwickelt sich ihr mutterleib zu einem embryo der sich schließlich also doch nicht in den rücken ja aber pass auf diese poetische beschreibung der schöpfung des menschen betont die wunder der menschlichen entstehung weil warte hier steht auf allah das kannst du nicht rechtfertigen nicht aus dem rücken gebären ist die geburt eines menschen aus dem rücken seiner mutter natürlich nicht wörtlich zu verstehen wie gesagt arabisch ist eine komplizierte sprache mit zwölf millionen verschiedenen wörtern aus dem rücken gebärten niemand mehr handelt es sich um eine symbolische darstellung die abhängigkeit des menschen von allah verdeutlicht ok 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 darf ich dafür zu sagen erst mal guten morgen ihr lieben gottessegen bruder nicht erschrocken weil so für mich ist ist nicht neu so ok jetzt ganz ehrlich guck mal jetzt glaubst du ein wissenschaftler mehr als den tafsir jetzt das ist ja das ist ja nur das guck mal das ist ja nur das eine eine politische beschreibung für die schöpfung des menschen ok ganz kurz lovela glaubst du jetzt den test den wissenschaftler mehr als den tafsir ob ich den wissenschaftler mehr als interessiert glaube ja ich sagte ehrlich der tfz kann fehler haben der koran hat keine fehler deshalb kann aber der koran kann keine fehler haben nein aber der koran der koran braucht die tfz um zu verstehen ja natürlich um sie zu stehen ja genau wer hat jetzt fehler tfz oder koran da ich sehe da kein fehler in drin weil es geht ja es geht ja um eine eine darstellung es geht ja um ein gleichnis was aber in dem fall zeigt das habe ich ja vorhin durchgelesen bruder bruder aus den rücken gebärt keine frau der welt oder das ist mir natürlich klar das ist mir natürlich klar das ist aber dein tafsir erklärt das so mein tafsir erklärt das so es gibt das ist erst mal ein tafsir von eben warum verteidigst du eine lüge obwohl das klar und deutlich ist ich verstehe die lüge die lüge die lüge die die lüge die dabei entspricht der die lüge die es dabei gibt ist ein mensch der glaubt verstehst du der versteht deiner meinung nach wenn wir jetzt mal beispielsweise die trinität nehmen und ich muss die trinität ich möchte nichts ich möchte ich möchte nicht eure religion angreifen ich möchte ich möchte auch nicht vom thema ablenken ich bin nicht so einer der gerne vom thema ablenkt aber wenn man jetzt einen menschen sagt das ist ja auch glaube trinität ist glaube du kannst du das nicht erklären du kannst sind du kannst sagen ja alles drei ist eins okay du kannst das sagen aber das ist ja aber trotzdem das ist genau das gleiche trinität ist ja auch nein das ist das gleiche und ganz aber die mussten aus den rippen vergleichen guck mal flex du musst das ja glauben trinität nicht bezahlen ist nicht aus den rücken der frau dass das sperr oder ich ja was ganz anderes das ist ja was ganz anderes aber ja aber es geht es geht ja einfach um die sache mit glauben wenn wir jetzt beispiel den islam nehmen wenn wir den islam nehmen dann ist für mich als mann ist es nicht erlaubt gold zu tragen für mich als mann ist es nicht erlaubt seite zu tragen weil bei uns dürfen nur die frauen bleibt beim thema wir reden nicht von kreuze tragen es geht da es geht nicht um kreuz es geht um gold gold er will gerade sagen dass er halt einfach daran glaubt so wenn es da steht dann glaubt er daran so oder weil das ist weil da habe ich nicht falsch verstanden genau aber ich kann also normal du glaubst fest daran dass aus den rücken ja der frau oder rippe der frau dass das sperma rauskommen dass da kinder rauskommen nein das glaube ich nicht das wird ja nicht so ließ man den tafsir noch mal okay da machen wir das noch mal also ja diesmal leute alle aufnehmen hört was der tafsir sagt hört zu jetzt leute alle bitte aufnehmen wir wollen es alle hören noch mal derselbe tafsir wir wollen es hören wir wollen jetzt alle schlau werden und jetzt hören wir noch mal zu das habe ich auch gerade gelesen bin aber was mein gott das ist für ein sommer mein gott haben die urin in den ohren oder sowas jetzt hier hörst du lesen doch gerade gottes wort das sollte man doch einfach wortwörtlich nehmen bei gotts doch spielt doch keine spielchen wenn es von gott kommt dann muss man das nehmen deswegen ich wollte auch gerade sagen nur das ist das wort aller egal von deine kopf nicht verstehst die zum beispiel imame ich habe auch wo ich damals studiert ich habe immer nicht verstanden das habe ich gesagt das geht gar nicht zum beispiel gibt es ein hadith oder dass er bevor er sucht zum beispiel soll ich das so sage hier im live stream aber der mann hat unten zwei eier das heißt das kommt dieser flüssigkeit koran sagt er da kommt von den rücken von anderen mann darf ich das jetzt kurz sagen also hier ist was du vorhin vorgelesen hast dasselbe dieser mensch ist von einer herausschießende flüssigkeit den eben kathil will ich hören ja das ist erstmal das ist geht ja erstmal um den vers man muss erstmal den vers erklärt genau dasselbe dieser mensch ist von einer herausfluss heraus schießenden flüssigkeit die von mann und von der frau herauskommt es sind ergüste die durch den geschlechtsverkehr zustande gekommen zustande kommen und kaum beachtung von beiden partner finden also man merkt nicht wenn eine person kommt und das ist klar ursprung aus flüssigkeit der vers betont dass der mensch aus heraus schießender flüssigkeit entsteht die flüssigkeit stammt 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 sowohl vom mann als auch von der frau das wissen wir ja aus der frau entsteht kein sperma nein aber die frau kann auch kommen verstehst du und das was die frau sperren ja aber es ist kein sperma aber die frau kann kommen produzieren keine samen bruder dauer und keine samen armen armin armin das stimmt auch aber frauen können kommen frauen haben auch orgasmen verstehst du wie ich mein oder das ließ mal bitte eben kaffee ließ mir eben kaffee und eben kaffee sagt dass wir jetzt auf einmal guter hier guck mal hier ist es erklärt dass dieser vers auf die biologische vielfalt des menschlichen ursprungs hinweist hier sind die schlüsselpunkte ursprung aus flüssigkeit der vers betont dass der mensch aus einer heraus schießenden flüssigkeit entsteht diese flüssigkeit stammt sowohl vom mann als auch von der frau geschlechtsverkehr und fortpflanzung die ergüsse die durch den geschlechtsverkehr entstehen sind der beginn des menschlichen lebens der prozess ist für die biologische vielfalt entscheidend schutz durch durch allah der vers hebt hervor dass jede seele ein schutzengel hat die sie vor gefahren bewahrt dies ist ein hinweis auf die biologische anpassung und die fähigkeit des körpers sich zu schützen ok hat ließ mir mal bitte den eben kaffee von vorhin vor ja dann muss ich erst mal finden genau weil wir wollen die biologische aber wir wollen von euren gelehrten das was eure gelehrten sagen wollen wir hören das ist ja das was das ist ja was im café gesagt hier im café erklärt dass die werden einen anderen vers genannt nicht den ja warte mal kurz in der biologischen sicht ist dieser vers bemerkenswert da die bedeutung der fortpflanzung der genetischen vielfalt betont die biologische vielfalt ist das was du vorhin gelesen hast mit den rücken das will ich kurz hören ja damit wir das noch mal verstehen einen moment eine frau gebärt aus dem rücken man ist auch katastrophe ja mann dass das da sagt er auch vor dem rücken kommt er also das ist ja ich will nur dass das noch mal vorliest das ist das interessiert mich und jeder dazu guckt leute kein hey wir lesen die kommentare alles gechillt sieht das einfach als eine aufklärung macht einfach eure augen das problem ist julie die heucheln einfach dieses problem ja steht wortwörtlich da drinnen diesen trotzdem die heucheln trotzdem die werden immer nein sagen das ist das problem die heucheln einfach wo es nur noch geht es ist man ja auch überzeugen es gibt auch viele sachen wo ich auch sagen muss ich nur kurz was zu sagen dass sie das korte b zum beispiel sagt al janine in meyer kuhn mit mara das heißt das ist genau dass das gleiche brutal korte b er sagte auch von flüssigkeit von dann kommt von da oben rücken und dann ist der flüssigkeit das macht das baby an ja und dann kommt er das heißt wie sagt man das ist mal dass du so sage dann männer braucht mir keine zwei eier nicht mehr also so der 86 versieben des korans wird erklärt dieser mensch ist von einer heraus schließenden flüssigkeit die von mann und von der frau heraus kommt den lieben kaffir ja das ist ja erstmal der vers hier die passale bezieht sich auf den stehungen des menschen und den ton die fortpflanzung und die vereinigung von mann und frau nicht unbeachtet bleibt es zum prozess von der von der bedeutung und ist nicht belanglos angesehen zu werden die tafsier exegese von dem café bietet weitere einblicke das mit dem rücken mit jahren weiß aber ich finde das gerade eben das hast du vor 15 minuten vorgelesen das jahren rücken das habe ich auch aber ich finde das gerade nicht ein moment das ist ja so der 86 vers 7 guckt doch mal bitte auf das mit dem rücken neben café du sollst mir im café lesen ja aber das ist ja doch von der sohle du hast doch davon gesagt ist die sohle genau das ist der koran nicht verständlich ist mit interessieren und das und ich brauche die sohle dafür und das ist oder 86 versieben oder nicht richtig und dann eben café noch dazu die erklärung ich meine du bist ja respektvoll mit dir kann ich ja reden auf jeden fall auf jeden fall ich wollte gerade sagen du hast echt eine schöne seele lauf und ich glaube gott hat dich nicht einfach so hier hergebracht du bist nicht ohne grund gerade hier vielleicht muss das ja wohl ja wenigstens die wahrheit große fehler ist dass sie die sohle 6 ähm lavi allah kannst du bitte später surat arrahman 33 später da sagt man wie kann man das baby im bauch ich habe wirklich nicht viel zeit eigentlich sollte schon längst offline sein deshalb will ich mich nur kurz darauf fokussieren tut mir wirklich leid das passt das passt das passt zu thema weißt du heute das meinte ich hier so der 86 versieben koran lautet es wurde aus einer flüssigkeit geschaffen auch gott 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 oder so die wahrheit ich habe die wahrheit für mich selber schon gefunden und nicht einfach nur für mich selber gefunden es ist die einzige wahrheit er wurde aus einer flüssigkeit geschaffen die aus dem dicken des mannes und australien rücken des mannes genau aus dem dicken des mannes und australien vor bitte damit wir das aufnehmen im kopf liest noch mal von vorne er wurde aus der flüssigkeit geschaffen die aus dem dicken des mannes und aus der rippe der frau hervorkommt ach du scheiße okay das ist jetzt der person bei einem moment dass der vers jetzt gucken wir uns die religiöse perspektive von eben café an und die biologische perspektive okay so das war jetzt der verschen wir gesagt haben jetzt kommt erstmal die religiöse perspektive eben café berühmt sich auf berühmter islamische gelehrte interpretiert diesen vers als die erschaffung des menschen aus einer speziellen flüssigkeit die sowohl vom mann als auch von der frau stammt die flüssigkeit ist ein teil des göttlichen schöpfungsprozess es handelt sich um die samen flüssigkeit des mannes und die eizelle der frau die bei der zeugung zusammenkommen und das menschliche leben zu integrieren das hat dem café biologische perspektive das ist auch genau das gleiche so und jetzt frage ich dich kommt jetzt sperma aus den rücken des mannes hier steht doch es handelt sich um die samen flüssigkeit des mannes und die eine auch und ist am anfang was vorgelesen ja genau es wurde aus einer flüssigkeit fragen ist nicht kommt ja diese sperma aus dem rücken des mannes weil die muslime die hier in den jahren sind die heuscheln nur um die denken die verstehen das und ja und ja ja vielleicht uns sagen warum kommt aus den rücken des mannes kommt das sperma raus ja ich sage ich sage ich sage die flüssigkeit ich sage nicht dass da von der sperma rauskommt ich sagen ja jeden wir reden ja von der sperma samenerguss wir sprechen ja von den samen guck mal er wurde aus einer flüssigkeit geschaffen die aus dem rücken des mannes und aus den lippen der frau hervorkommt aus dem rücken des mannes und der und der lippen der frau hat die aber die einzelle ist doch nicht in der rippen der frau die einzelle weil ich habe von gehört einzelle die ist doch so dort unten im bereich also ja wir haben schule gemacht leute das geht gar nicht es geht gar nicht hier ist genau das erwarte hier ist hier in der biologischen sichtweise ist der vers eine poetische beschreibung der zeugungsprozesse es betont die bedeutung der gemeinsamen verantwortung von mann und frau bei der erschaffung neuer leben die wissenschaftliche erklärung hinter dem vers ist faszinierend und zeigt wie die religiöse texte eine tiefgreifende einsicht in die natur und das leben bieten können oder eine ernste frage hast du im biologieunterricht zugehört habe ich von wo die samen von wo die samen wirklich herkommen habe ich ich werde ja nicht umsonst vater ok ok und von wo kommen die samen das wissen wir natürlich alle hätte ich möchte ja jetzt nicht aus den rippen der frau aus den rüppeln der frauen aus dem rücken der frau des mann ist oder wenn es hier so steht glaube ich dass ja ich glaube in der stehen würde aus der nase wird es auch sagen ist so aber steht nicht auf der nase drauf macht spaß aber so du bist halt so du du mann merkt halt du 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 stehst halt zu deinem glauben und es ist deine freie entscheidung weißt du ist was flex macht ja aber juli juli er glaubt eine lüge was was wissenschaftlich der größte fehler ist daran glaubt das bruder kommt ja und das kommt von allah egal was ist allah ist das richtige du musst das verstehen bruder ja also dann in zukunft wir haben du hast uns du hast uns erleuchtet ich merke mir das aus den rücken des mannes kommt sperma aus ich habe ich habe es wirklich sehr entgegen aber es geht einfach ich sag mal so es geht hier um spezielle sachen es geht um sachen wie wurde der man es schaffen wir gehen so tief ohne eigentlich zu wissen was bedeutet und wenn wir sagen was bedeutet sagen wir es gibt keinen gott außer allah und wir sagen er hat keinen sohn er hat keine tochter er hat keinen partner und der ist 1 es hat deshalb sagen wir hat nun er hat alles gut nur ganz kurz ich finde das ist ja auch spannend und man sollte darüber lernen ja aber ich finde bevor man sich mit sachen wie tefsir auseinandersetzt sollte man sich erstmal mit dem koran auseinandersetzen bevor man sich mit sachen was gelehrten im christentum sagen sollte man sich doch erstmal mit der bibel auseinandersetzen darf ich dir darf ich dich eine darf ich dir eine frage stellen ja du kannst ja dein glaube also ich bin auch nicht so mit deinem glauben aber du kannst ja dein glaube gern hier ok also glaubst du daran dass jesus kreuzigt und gestalt so kreuzigt worden gestorben ist und danach wieder auferstanden ist ich glaube dass ich glaube nur dass er noch lebt aber ich glaube nicht dass er gekreuzigt worden ist gestorben ist am kreuz für unsere sind nur so ganz klar dann glaube ich nicht nur okay wie erklärt sondern suchen 19 vers 33 34 und der friede war auf mir am tag meiner geburt und der friede war über mein weil er sterben wird es wird sterben meines todes und am tag an dem ich wieder werde am tag wird jeder sterben am tage des gerichts wird jeder sterben jeder wird vor gott stehen selbst jesus wird vor gott stehen aber aber wie soll er dann wieder auf also okay okay ihr meint dass das am tag wird sie auch wieder auferweckt okay also meinst du nicht dass das schon passiert ist dass er gestorben ist wieder auferstanden ist nein nein ich will glauben wir glauben dass er errettet worden ist von allah allah hat den himmel empor gehoben und da bleibt er bisher als messias wieder zurückkommt ja okay aber hier steht und der friede war auf mir am tag meiner geburt das heißt erst geboren und der friede wird über mir sein am tag meines todes ja wir aber es ist gerade wie soll er denn jetzt wieder sterben also ich verstehe das nicht jesus ist jetzt wie alt jesus ist jetzt über 2000 jahre jesus 33 mein lieber aber gut ja jesus ja aber zeitlich gesehen jesus ist in ein jesus ist 33 jahre jahr aber zeitlich gesehen ist jesus vor über 2000 jahren geboren jetzt gucken wir uns das mal an wenn wir jetzt logisch denken sagen wir okay jesus ist über 2000 jahre alt wenn er jetzt bei gott ist hat die ganze zeit er ist nicht gealtert er ist die ganze zeit gleich geblieben und 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 erwartet erwartet auf den punkten bis hinunter gesandt wird aber wirklich als gesandter kommen er wird nicht als prophet kommen er wird nicht als überbringer kommen er wird nicht mit einer neuen schrift kommen sondern er wird als messias kommen aber erst gerade bei gott oder er ist doch gerade an der seite von gott oder er ist nicht an der seite von gott er ist er ist bei gott bist du dir sicher was du gerade sagst ist er nicht an der seite von gott steht nicht im koran dass das er dass die isa ebne mariam dass er von gott auf die welt gesandt wurde und dann wieder zu ihm hochgerufen zu ihm zurück und warum hat nur jesus gesucht warum nicht muhammad zum beispiel aber warte warte da reden wir gar nicht über jesus hat also steht nicht im koran sagt dass gott ihn runter gesandt hat und dann wieder zurück zu ihm vereint das heißt diesen wieder eins wer ist wieder 1 gott hat er auf die welt gesandt durch und danach steht im koran dass er wieder erhoben wurde zu ihm zurück wie sagt man dass ich konkret nicht drauf also auf deutsch dass außer menschlich weiß so also dass nicht ein mensch wie jeder andere mensch der neben gott ist mit ihm eins eigentlich muss wirklich sehr sehr ausschlaggebend ist einfach im islam also du glaubst nicht dass gott mensch werden kann richtig läuft ja gut kann was heißt was heißt guck mal das ist das ist ein allmachts paradox wenn wir nicht nicht fragen würde kann jetzt frage ich dich mal was kann gott einen stein erschaffen den er selber nicht tragen kann warum sollte er den stein da würdest du ja gott sozusagen einschränken warum sollst du was du würdest gott einschränken indem du sagst er wird mensch das ist ein allmachts paradox sei stein oder menschen gott feuer werden kann schränke ich ihn auch in dem moment ein gott wird nicht feuer gott redet über das feuer gott redet das hast du gesagt nein ich habe nicht gesagt ich habe gott redet über das feuer ich rede über das feuer nein nein hat doch mit moses gesprochen von 27 und das glauben wir wir muslime glauben dass allah mit moses gesprochen hat über den brennen busch oder über den brennen baum ich weiß es gerade nicht aber er hat nicht ins feuer allah war nicht im feuer sondern allah hat über das wenn die man zu 27 rein nein ich bin fertig ich habe den vc sowieso aus jetzt alles okay ich kürze dein herz alles gut jetzt auch da was du bist du hast echt eine schöne seele ganz ehrlich ich mag dich als mensch du dein herz ist das ein gutes herz du weißt du ein wunsch ein mensch ein mensch ist ein wieder macht es auch bitte bitte nicht die heilig nehmen oder so so heilig nein 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 das kann nicht sein allah hat unsere seine sein dass allah selber weiß er nicht wie kann man dem wasser wo kommt und wie war es aber wieder kann man das was der flüssigkeit von mann oder der flüssigkeit von frau wie kommt das das kann nicht sein der allah hat uns gemacht und er weiß das nicht bitte ich bitte dich ja muss man bis also low walla low walla auf jeden fall sollte facharzt werden damit wir was neues lernen das aus dem rücken habe ich habe ich zum beispiel guck mal wir haben die arabische zuge männer die wird den arzt aber trotzdem was können die machen die glauben schon mit koran die können nicht sagen koran ist nur ganz kurz und die 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 wird wie wir verfolgen und wie gewaltigen verstehst du es war eine fahrer ich möchte nur schnell über das menschliche sprechen ein mensch egal ob muslim oder nicht muslim wurde sündigt wurde als sündiger erschaffen und ich sage euch eine sache wenn ihr mal auf heute sind sünden achtet und ja und ich achte selber auf meine sünden ich schwöre euch bei allah diese sünden die ich habe und diese sünden die ihr habt wir sind gewalttätig nie im leben würde ich mir selber verzeihen für das was ich getan habe weder würdet ihr euch selber für eure sünden verzeihen was ihr getan habt aber wir leben weiter wir leben weiter und irgendwann werden wir sterben der punkt ist irgendwann mal das ist vielleicht das letzte mal sein dass du dich angenommen hast den gehst du zur hölle das weißt du schon ja natürlich klar klar wir werden sein werden wir alle sterben und dann werden wir sehen wer die wahrheit hat ja dann machen wir so dann ich dann würden wir sehen okay dann vielleicht 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 werdet vielleicht werde vielleicht werde ich einen von euch im paradies muhammad hat selber muhammad hat selber gesagt er selber kann ich selbst retten ganz kurz ich küsse dein herz ist kein problem und so alles aber ich werde niemals an einem gott glauben der euch lehrt dass aus einem rücken eines mannes sperma rauskommt deswegen kannst daran glauben aber ich weiß schon mal jetzt dass dein gott auf jeden fall ein falscher gott ist das ist auch nicht geglaubt bevor der nach dem islam angenommen hat also wirklich und ich sag mal ehrlich ich weiß nicht aus welchem land kommst du nicht dankhaft ich komme aus gerne auch danach okay der könig aus abbeziehen es kommt aus seinem kontinent deshalb sage ich dir ehrlich der war auch davor christ dein ganz der kontinent von dem du herkommst war christlich mein grund war selber damals christlich in ghana bin ich auch sehr viele muslime ich bin hier ehrlich und wirklich kein spaß ist 60 40 60 prozent christlich 40 prozent islamisch aber das ist trotzdem das ist viel das ist ja wirklich viel für ein land das kannst du ja nicht ist aber nicht das heißt es islam ist das richtig religion oder alle ist das richtige das muslimpik ist kaffet ex-muslima you here get in the channel das steh was mitgeben einfach nur mensch 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 akhmat ex-muslima sie geht in zeit man sagt nur noch eine sache und dann gehe ich noch ja ich wollte einfach sagen von mensch zu mensch kummer wie gesagt es gibt ja nur eine wahrheit es gibt ja nur einen behaftigen gott und das ist an jedem menschen selber um das zu untersuchen nachzuforschen zu gucken so wo glaube ich überhaupt dran was ist einfach was 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 ist mein glauben weil was für ein gott glaube ich was verspricht er mir weil du hast gerade gesagt ich hoffe ich sehe ein von euch im paradies aber was wird dir versprochen in diesem paradies also in meinen augen das paradies wenn ich am paradies denke denke ich ich will einfach nur in der nähe von gott sein seine liebe spüren sein frieden spüren lieder für ihn singen loblieder mit meinen brüdern und schwestern einfach nur auf gott gucken und einfach freien hat das wirst du sagen das ist mein lieber mensch ohne respektlos zu werden aber ein paradies ist nicht etwas was mich wirklich so anzieht dass ich mir denke ja das ist der mich voll dass man dies ein islamischen paradies wirst du mal sehen auch noch mal alles gut du hast und zerleuchtet weil das hat wie gesagt dann auch kein wert jetzt auch wie gesagt wir machen weiter ja aber dass ihr habt doch ihr bei euch ein paradies nur ganz kurz oder ich sehe ich glaube gesagt alles gut alles gut das führt zu nichts das thema alles gut mal sehen wo wir uns treffen im leben hier mal das war aber gott sei mit dir und möge der heilige geistig recht leid genau genau deswegen alles gut alles okay dann wünsche ich euch noch nicht nach dem man lieber denn nach schlaf gut danke dass du da warst ganz kurz auf stumm gehen alle bitte ganz kurz noch stumm gehen dass wir wirklich mega mega lieb um ahmad how you doing first of all hey i have to make you big hold on how are you my brother alhamdulillah jesus brother i was trying to contact you most of the time but i think you didn't see my message because i wanted to get you in the german sector because we used to uh talk about the islam and we have to uh you know talk about jesus christ and yeah beautiful i have a beautiful question today flex können wir ganz kurz quatschen ich muss dem jetzt raus wieder ich habe eine weile gewartet mein bruder ich habe eine frage an dich erstmal salamu alaikum an jeden hier und salamu alaikum und jeden muslimischen bruder im chat flex ist deiner meinung nach gott richtig wie bitte flex ist deiner auffassung nach gott jesus ist deiner auffassung nach gott richtig okay darf ich was fragen ja natürlich deiner meinung nach ist gott liebend und liebt seine mutter und er hat seine familie was meinst du gott ja also die sagt ja jesus ist gott aber jesus hat eine mutter maria ja laut islam hat isa doch auch eine mutter richtig vollkommen richtig ich frage dich dein gott davon den gott nennst isa jesus hat eine mutter richtig mutter maria ja genau genau liebt dein gott sein nächsten gott hat uns die liebe gepredigt ja das evangelium mit liebe gepredigt selbstverständlich richtig bist du ein schüler dann bist du ein schüler von jesus ein nachfolger jesus selbstverständlich warum nicht liebst du deine mutter natürlich liebe ich meine mutter ok aber in lukas 14 26 sagt jesus ja euer gott dass der der seite der zu ihm kommt seine mutter sein vater und seine schwester nicht hast nicht der nachfolge sein kann ich gebe dir ich gebe dir eine antwort drauf mit schön nummer eins was sehr sehr wichtig ist ich finde es gut dass du diesen vers genannt hast richtig jetzt musst du mir nur sagen damit wir auch weiter reden können wer hat zu wem wo und wann und was gesagt und warum jetzt ist es nicht erklären ok jetzt jetzt versuchst du etwas aus dem kontext zu ziehen weil du hast das selbe meine arme stopp du hast ganz kurz du hast gerade dasselbe mit lauf gemacht indem du ihn nicht erklären lassen hast oder obwohl der deutschen sprache mächtig bist einen englischen eine englische übersetzung rausgeholt hast über die erklärung zu dem vers jetzt frage ich dich es steht in dem vers genau so lukas ist für 26 26 kein berlin warum berlin kam dann der ist so noch worte vor aus auf augen kommt haben ok berlin ich habe dich jetzt verstanden richtig meine frage ist jetzt wer hat zu wem wo und wann und was gesagt und warum jetzt kannst du es mir erklären ok es wird gesagt dass jemand der seine mutter hat er dass er seine mutter nicht hat sein vorher und egal wer kann nicht jesus noch wollen nein es ist nicht egal wer so der bibel haben wir einen kontext der bibel wer aber es steht doch so da siehst du du weißt es ist weg und es will ich mache ich mache mit dir gerade nur diese art von diskussion die du gerade wer und wo in der bibel in europa ok wer spricht zu wem und wann und was hat er gesagt gesagt ja noch gar nicht über das hier der will ich nicht über das ist ja nicht über die ich spreche nicht mit dir dankeschön bitte lest doch den vers von anderen ich spreche nur das wasser muslim ich von dieser wasser muslim ja ja kann ich kann ich ask him a question yeah go ahead okay ich spreche nur also ich versuche nur diese diskussion auf dem niveau zu führen auf diese grad mit lauf allah geführt okay who is allah who is allah who is allah brother allah is god who said that do you believe that god is limited on his chair do you believe your god limited on his chair nein er sagt glaubst du dass dein gott limitiert ist auf seinem stuhl dass er also limitiert ist dass er nicht alles kann allah ist allmöchtig he is almighty he said he is allmöchtig i don't care he is almighty or not i'm asking simple question do you believe you the god the creator he is limited on his chair or he is unlimited infinity everywhere that is not your religion christianity believe that islam is not let me show you see this book there is a proof of allah limited and sitting on his chair sitting on his chair if you can read arabic this is the name of the book from all the scholars from all the scholars from the beginning of imam malik tell imam ahmad after that tell uh the tabi so if i go here page number 90 before i go page number 90 let's see what the limited meaning limited meaning according your scholar not according me your scholar said the meaning of limited manal hat right right the tabi in the book of eye brother so gut englisch kann ich auch nicht schauen ob er will dir jetzt erklären was genau das moment das moment er will dir gerade erklären was genau gemeint wird mit ich weiß was er meint ich weiß was er meint er meint dass alt das im quran steht durch die auch überlieferung dass allah über seinem thron ist let's go to quran so let's see your scholar you are very welcome also berlin du redest mit jemanden der aus der szene sehr tief drin war oder immer bitte seine ich habe dir eine frage gestellt jetzt kommt dieser ex muslim hier rein der sich auch noch profit nennt okay und fängt an mir gegen fragen zu stellen ganz kurz bitte können wir beim thema bleiben ich habe euch eine frage gestellt ich finde auch ganz kurz ich finde sowieso debattieren sollte immer am respektvollen rahmen sein ja ganz gut zeitverschwendung erstens sollte man nicht sagen zweite sache mein bruder oder mein freund besser gesagt bruder sollte ich sagen vater sehr respektlos vorhin gewesen die ganze zeit er soll studiert haben kriegt nicht mal deutschen satz zusammen ja also verstehe ich aber jetzt muss die schwester nicht sowieso nicht verstehe ich sowieso nicht deswegen wie ein mensch gezeugt wissen wir alle ihr habt von aus dem kontext ihr habt von aus dem kontext gerissen habe versucht den jungen festzunageln auf dem vers obwohl man berlin es bringt nichts drumherum zu reden sagen ich habe deine frage gestellt warum warum hast euer warum hast euer gott den gott nennt ist alles warum hast du ja gott oder warum gebiete euer gott eure eltern zu hause und der kann ich danach folger sein also kannst du nicht danach folger sein wie geht alles gut meine frage war ja weil du sagst er wie ziehen hier aus dem kontext raus und ab und ich möchte jetzt nur wissen wer hat zu wem wo und wann und was gesagt und warum ich frage dich nicht dass ich sagen dass was versteht in ihrem buch du verstehst meine frage ich verstehe du verstehst ich ich habe gesagt wir können darüber reden du musst mir nur sagen wer zu wem und was und wo und was gesagt hat und erklärt mir erklärt warum 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 soll man sind ist doch gerade okay weißt du was ich helfe dir nenn uns mal den kontext wie bitte ja war lukas 14 26 nein die können ja siehst du du weißt es nicht oder ich kann sie noch mal vorliegen gerne ich kann aber flex ich verstehe was woher worauf er hinaus will darf stadt spielt mir reden kann bilden was bringen hast du gesagt aber du hast ja noch alles gut ach mal das ist wieder da der kommt jetzt wieder alles gut ist es zeitverschwendung mit dem es ist zeitverschwendung raffael raffael ich wusste das schon brauchst du nicht posten ich wollte ihn nur testen ob er es weiß der wusste das nicht mal alles gut ex-musik mein freund acht mal die duh und fürste vor im übrigen ich bin, ihr Gott. und all meine brother undisbritze in Christus oh ja oh ja, du hast du mein brother ich bin da ja studiet warum ich besuchen ich habe ein paar Bücher es ist so schwer zu finden in der manchkette ich habe ein paar Bücher jetzt habe ich ihr ein paar Bücher zeigt aber ich kann es auch zeigen zu we can translate to Germany right or everybody knows what we're talking about so when I asked the Muslim brother who is Allah yeah I said Allah Almighty but if you said Almighty which means the God should be unlimited infinity nothing limited him nothing you know compared to him but Allah no Allah now I will show from physical book and I will show from online to use translation to translate it to Germany language first of all I have almost a week asking in Arabic side and English side too so I'm opening life in both side in Arabic and English I debate both side right no one have an answer about easy question what that easy question is why Allah change his form two times in the day of resurrection and scaring the Muslims the Muslim when so Allah first time changing his form this hearing let me bring this hadith and I will prove it from authentic book so let me bring this from online and if you want to translate the brother till I show it sure also Leute Ahmad wird jetzt alles mal vom Englischen oder vom Arabischen dann auf Deutsch übersetzen so dass wir es dann auch verstehen und dann zeigt er uns das einfach mal ja einfach ganz ganz kurz erklärt genau da bist du bist du bist du das übersetzen oder brauchst du mich nicht nicht arabisch auf deutsch oder wenn du auch übersetzen möchtest wenn du auch übersetzen möchtest gerne also wenn du vom arabischen auf deutsch übersetzen möchtest wenn du möchtest aber ich kann ach mal schon gerne helfen ja ich bin da ja okay du bist Moslem Alhamdulillah ja okay aber vielleicht nur ein ding vielleicht gibt es ja Leute hier die ja nicht deutsch oder arabisch können so dass du das übersetzen wir das ist ja kein Problem flex darf ich kurz unterbrechen kurz okay so let me go first of all flex nur kurz wenn geht bitte paar Sekunden und flex Mohammed Mohammed geht flex, paar Sekunden nur ex-Muslim Ahmad will mit dir kurz reden na na ich will nicht mit ihm reden ich will mit dir reden ich bin wegen dir reingekommen wenn es geht nur ein paar Sekunden und dann antwortest du mir dann gehen wir nach dem was du sagst gemüils sicher wird Dear. es sieht Interessant von Allah Ich will mit dir reden, weil ich seit einer halben Stunde dich bitte, mich hochzuholen, wo dieser Bruder Love Allah drin war, über dieses Thema, hast mich aber nicht hochgeholt. Ich war ja auch mit ihm im Gespräch, ich will auch nicht jetzt 100 Leute hier oben haben. Du hast doch noch eine Frau reingeholt und hast noch einen reingeholt und so, aber wurscht egal. Darf ich jetzt was fragen und wenn du antwortest, nach dem gehen wir fertig. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Dürfen wir zurück zum Thema oder nicht? Ja, wir hören dir zu. Dürfen wir zum Thema zurück mit dem Samenrücken und so weiter oder nicht? Ja, das Thema ist jetzt vorbei. Da ist nicht vorbei, weil wenn du mir erklären kannst, was eine Lende ist, weil in der Bibel steht ja Lende, von dort kommt Samen. Und da steht, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Weil du ja gesagt hast, eine Frau produziert kein Samen. In der Bibel steht aber, ihr Samen. Ja, da ist ja ein Rehrer. Hier kommt die Chance. Und hier steht auch, Und Jakob zerriß seine Kleider und legt einen Sack um seinen Lende. So, erstens einmal, was ist eine Lende? Okay, steht da drin, dass da Kinder rauskommen? Na, warte mal. Meine Frage ist jetzt, steht da drin, dass da Kinder rauskommen? Warte kurz, nehmen wir alles wortwörtlich, so wie du vorhin gesagt hast, oder nicht? Nein, meine Frage ist, kommen da Kinder raus? Kommen wir langsam dazu. So, aber wir nehmen alles wortwörtlich, wie du das gesagt hast vorhin. Du gehst auf meine Frage nicht ein. Habe ich dir gesagt, wir kommen dazu, ist ja kein Problem. Aber wir nehmen alles wortwörtlich, wie du das vorhin, Love Allah, gesagt hast. Ja klar, aber da müssen wir ja wissen, was da, was für einen Samen hat. Ja, ja, ich zeige euch alles. Aber, aber wortwörtlich, ohne zu fantasieren, um selber irgendwas zu reden. Oder natürlich, oder? Mohammed. Es heißt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Samen und ihren Samen. Okay, Mohammed, wir gehen gleich darauf ein, aber ich möchte kurz den Ex-Moslim Ahmad zuhören. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt bestimmte Themen. Du kannst drinnen bleiben von mir aus, oder? Okay? Ja, Mohammed, stell noch mal eine Anfrage, ich hole dich dann wieder hoch, okay? Okay, alles klar. Es ist kein Problem, stell noch mal eine Anfrage, und dann kannst du hochgehen, den gehen wir darauf ein, okay? Sowieso jetzt nicht? Weil, es ist Ahmad da ist, wir wollen jetzt über was anderes sprechen. Jesus sagt so, dass sie solle eure Lehre, dass sie euch spielt mit Götter. Ja, aber das ist Allah, mit zwei Rechten. Ja, aber in der Liebe steht auch, Jesus hat viel Werner, mit 20 Augen und keine Ahnung was. Und wir Moslims, das tun wir uns nicht. Alles gut. Stell noch mal eine Anfrage, ich muss dann hochgehen. Wenn er hier war, dann ist es sein Problem. Und das ist nicht schön, was er macht. Das ist Allah, mit Allah, Habibi. Ich glaube nicht, dass Jesus lehrt, und so was dir hält hat. Nein, sag ihm, sag ihm, dieses Statue in der Mohammed-Haus, 13 Jahre, sag ihm. Dein Feind. Also, wieso, Liebchen? Diese Statue, was du gesehen hast, war bei Mohammed für 13 Jahre in seinem Haus. Diese Statue. Und Mohammed, er hat die Statue der Mutter Mary und Jesus Christ in der Kaaba, bis er stirbt. Ja. Willst du jetzt darüber reden, Flex, oder nicht? Weil später kann ich nicht, doch. Ich habe dann zu tun. Nein, ich muss von meinem Lehrer jetzt erstmal ein bisschen lernen, später. Das heißt, jetzt produziert, Bibel sagt, eine Frau produziert zusammen. Und du sagst, nein. Nein. Hier steht es doch. So, just ask him, why Allah will change his form. Wieso geht es jetzt nicht auf das ein, bitte? Geh rein, 1. Mose 3,15. Lieber Mohammed, vielleicht kannst du ja gleich wieder hoch. Du kannst doch gleich wieder hochkommen. Ist doch kein Problem. Aber lass uns doch erstmal, wir machen jetzt hier erstmal hier eine kleine Sache, und dann hole ich dich wieder hoch, okay? Okay, alles klar. Warum ist er zu viel schreit? Das Problem ist, dass jetzt der Moslem denkt, dass ich weggehe, aber ich bin nicht weggehe. Das Problem ist, dass ich uns gemeinsam über das Thema sprechen möchte. Ich will von dir lernen, mein Bruder. Ich will von dir lernen. Gott, 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 Gott. Amen. Ich will dich auf die Mutter. Kommst du, Carlo, hoch. Wir werden über zwei Stunden reden. Okay. Kann ich starten? So, wir wollen die Tatsache ändern. Ganz gut. Carlo, ich will unbedingt hoch. Ich hole die Leute gleich hoch, alles gut. Ich will nur den Ahmad zuhören. Okay, alles gut. Okay, jetzt. Now, go on, go on. Okay, so now I will show Hadith from Arabic book, right? And we will see it in English, in Germany. I just use the translation from Islamic website, Sunni website. And I translate to Germany. But before we go there, I will show you here something, if any Arabic speaker, he can understand what I'm talking about. But there is a proof, you know, from physical book. There is a book, answering of hypocrites named Jahmiyyah, and the fourth senator, after Muhammad for 100 years, the answering of the hypocrites Jahmiyyah, the great scholar, high master scholar, his name bin Manda, if I go, and this is a version of from Saudi Arabia. Ah, das ist eine Version aus Saudi-Arabien, also, okay. So, the Hadith now, I will show, this Hadith, I will show it here in Germany, for you can read it together. But here, in red color, when the Muslim, in the day of judgment, prostrate and lifted up their heads, will see Allah change his form. Allah wixelt seine form. Yes. Now, let's go. And I have it from five books. From this book also. And this book also. And this book also. And, you see the last one? This book also. I have it. The Hadith. And this. Okay. So, Allah is tap dancing. Yeah, Allah, he will change his form. The Muslims were scaring from him. They were saying, we seek refuge in God from you. Yeah. Imagine, we seek refuge from our God to other God. It doesn't make any sense. Let's see the source first. This is narrator Abu Sa'id al-Khudari and Abu Huraira. Two companions. It's a high, authentic, most authentic, this Hadith. Because two companions narrated this Hadith. The Imam al-Albani and Sahih al-Jamia, authentic book. Hadith number. Jamia is Tirmidhi, right? No. Sahih al-Jamia, which means communication Jamia. Uh-huh. Okay. Yes. So, Sahih al-Jamia. Hadith number 7033. Hadith is what? Sahih. Let's read it in Germany. It's a little bit, but you are, you know, be happy. Konkurrieren Sie mit dem Mond in einer vollen Nacht. Wenn darunter keine Wolken sind, üben Sie. So, let me explain it to you. This, the companion asking Muhammad, did we see Allah on the day of resurrection? And Muhammad, he said this. Okay? Mond in einer vollen Nacht. Okay. Üben Sie die Sonne ohne Wolken darunter zu sehen, denn ihr werdet es so sehen. Gott wird das Volk am Tag der Auferstehung, an der Judgment Day, versammeln. Und er wird sagen, wer etwas anbeten soll, ihm folgen, so wird der, der die Sonne angebetet hat. Oh, my God. They're pagans, man. Richtige Mondanbeter. Leute, das sind Mondanbeter. Oh, my gosh. No, really, Ahmad, they're pagans. They are pagans. I told you, always I'm saying Muslim is a pagans, always. Okay, Sonne angebetet hat, der Sonne folgen, und der, der das angebetet hat, der Mond, nee, etwas angebetet, nee, down, you have to go down, I think. Okay. Mond wird dem Mond folgen, und der, der Tyrannen angebetet hat, wird Tyrannen folgen. Wow, this is crazy. Und diese werden bleiben. Die Nationen, die Nation hat ihre eigenen Heuchler, also kommt Gott in einer anderen Form zu ihnen. Oh, wow, Allah can change his form. Yes, look now, continue, you will see something dangerous. Just continue. Okay. Sein Bild, das sie kennen, und er sagt, ich bin dein Herr. Aha, okay. He's their God, I see. Okay, let's go. Sie sagen, wir suchen Zuflucht bei Gott vor dir. Das ist unser Platz. Bis unser Herr zu uns kommt, wenn er zu uns kommt. Okay. Erkennen wir ihn, dann kommt Gott zu ihnen. In seiner Form, die sie kennen, und er sagt, ich bin euer Herr. So, why the Muslim will sacrifuge in God from Allah? Because he will came in Antichrist form. Wow, wow. I see, I see. Allah, he came in his real form, Antichrist form. For that, the Muslim will be scared from them. Continue. Okay, sagen. Now we go down. Yes. Du bist unser Herr, und sie werden ihm folgen, und der Weg zwischen den beiden Seiten der Hölle wird beschritten werden, sodass ich der Erste der Gesandte sein werde. They speak about Mohammed here, right? Der Gesandte. If you go one down, Gesandten. This? I don't know, I don't understand Germany. Okay, sein werde, okay, you just go, sein, oh, I think you jumped. Das ist sein werde. Genau, sein werde, der durch sein Volk geht, und niemand wird darüber sprechen. Tag, außer den Gesandten. Und? Affen, aber es ist nicht bekannt, wie groß sie sind. Oh, this is so weird. Allah, he will unkaffar his leg? Do you see it? I don't know, Allah comes as an ape, something as an ape. I read something with the ape. Affen, Affen, apes. This? Yeah, that is ape. Affen is ape. Okay. Yeah, aber es ist nicht bekannt, wie groß sie sind. So the apes, they don't know how tall they are going to be. So, außer Gott sind die Menschen durch die Taten entführt. Einige von ihnen werden durch ihre Taten gerettet. Und einige von ihnen werden vertrieben und dann gerettet. Bis Gott mit dem Gericht über seine Diener fertig war. Und durch seine Barmherzigkeit jeden aus dem Volk der Hölle entfernen. Oh, this is a pagan, pagan evolution. So, did you see it when Allah, he will come in another form. And the Asga Muslim will tell him, I am your Lord. They will say, yes, you are our Lord. And with the sign, he will uncover his leg? Yeah. Did you read it here? This is what I'm reading here, yeah, actually. Okay, great. So, where we are at now, here? Wow, I think, gerettet, hold on, über Gott mit dem Gericht, über seine Diener, yeah? Herauszuholen. Und aus dem Feuer, from the fire, is there, no, oh, are you down or where are you? Here, here. Und durch seine Barmherzigkeit jeden aus dem Volk der Hölle entfernen. No, you have to go one down, entfernen, one down. This one. Ach so. No, you should continue from here. Oh, okay. Okay. Vertrieben und gerettet, bis Gott mit dem Gericht über seine Diener. Okay. Here. I think we jumped, yeah. Fertig war, durch seine Barmherzigkeit. Okay. Jeden aus dem Volk der Hölle. Everyone from the hell. Entfernen. Oh, nee, bis Gott mit dem Gericht über seine Diener. Okay. Sorry, jetzt überspringen wir schon wieder. Fertig war. So, don't, don't need to complete the Hadith. So, which means, we need to know, why Allah, why Allah, he came in a different form, the Muslim knowing him, and why he changed his form, and scared the Muslim, and why he came back again in other form, and why the Muslim scaring from Allah, sacred refuge in God from him. Yeah. In which form Allah came? Also, das Ding ist, Allah kam jedes Mal in einer anderen Form. Die erste Form war seine antichristliche Form, ja, mit der er zuerst kam. Und dann haben die Muslime Angst bekommen. Dann kam er immer wieder mit einer anderen Form, und es wurde immer gruseliger und schlimmer. Yeah. Continue, my brother. Yeah, so, we have a Hadith, a something Hadith. Muhammad said, the antichrist, he is a half, one eye is a blind, and your Lord is not a blind. Why, Muhammad said, compare Allah with antichrist? Wow, this is, this is very crazy. Let me bring the Hadith. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعْوَرٍ So, why Muhammad compared the antichrist with Allah, the same level? Yeah. Let me bring the Hadith. Yeah, yeah, let's see the Hadith. I want to see the Hadith by myself. This is from also Sahih Muslim. Sahih, it's also Sahih. And you can find it in Sharh al-Tahawiyah, again, from Imam al-Albani. It's Muslim. You have a debater here. We have a Muslim who wants to speak with you. Let's go. Let him come. Let him come. I'm looking for someone. I will make you the time. I will make you the time. It's no problem. Okay. Yeah, but he's supposed to be understand English. I don't understand Germany. He speaks Arabic. Abdul, Abdul, how are you, Abdul? How are you, Abdul? Abdul, wie geht's dir? Abdul, hello. As-Salamu alaikum. As-Salamu alaikum. Wie geht's dir, Abdul? Ich kann euch nicht hören. Okay, dann musst du rauskommen. Raus und rein. Ja, nochmal. Ganz raus. Raus, he has to go out from the internet heroes. Ich weiß nicht. Warte mal, bitte. Und bevor wir sprechen, Ahmad, wenn ihr mit ihm debattet, ich möchte euch warnen. Er wird die Hadithin verraten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber okay, er wird ihn verraten. Ja. Ich hoffe, er wird ihn verraten. Ich hoffe, er wird ihn verraten. Wir sind für das. Es ist super easy, zu werden. Okay, wir werden es mit Zeit machen. Und dann, ich hoffe, er kann uns hören. Abdul, hörst du uns? Ich höre euch wieder nicht. Du musst komplett raus. Dann werde ich jetzt ganz TikTok ausschalten und nochmal wieder rein. Ja. Und bevor ich gehe, lass ihn doch sein eigenes Bild über mich machen. Du brauchst ihn nicht zu warnen oder ihn vorzubereiten. Lass ihn sein Bild alleine machen. Ja, er kommt. Er muss auf der Ebene kommen. Es wird so interessant sein. Trust me, if he bring with him five sheikhs and two prophets and one companion, he can't answer my question. Oh, that's going to be dangerous here. I see. I smell danger. Can I ask you a question, brother? Yes, my sister. Were you a born Muslim? I mean, born Salafi, not just only Muslim. Okay, okay, very interesting. Yes, almost 700 books I read, just only easy. How long are you a Jesus follower now, like a Christian? I have 12 years with Jesus Christ. Yeah. Old Arabic side knows me. I debate all scholars, all scholars, all of them. And in English side too, old Dawa boy, I debate with him. There is no answer. Just only disrespecting, insulting, waffling, treading. That's it. Okay. Okay, thank God you find the right way. Of course. Yeah, he found me. I'm very, very happy that... Right, right. Okay, okay, that's right. That's Jesus, because I'm a born Christian, but he found me. He called me. Yes. So I was a Christian, I was not really a Christian, because I didn't know who Jesus really was until he called me. So when I was Muslim, we know a different story about Jesus, we know a different story about the Christianity. Totally different. They washed our brain, saying Christianity allowed adultery, and Christianity believed in father, mother, and his son, and like a family, you know, all lies. The funny lies lie lying on us, the Sheikers. They're saying when the Christian, when I marry some lady, you know, first of all, the pastor will take it to, you know, fix it for him, and next day we send it back to him. No, not really. Really? Oh, yeah. Wow, that's crazy. Wow. So when I, me and my wife, we came to Christ, all my trip, I'm from a bigger trip in the background, right? All my trip insult me. Oh, you want to let your wife be naked in the street like a Christian? You want to take the clothes of your wife? You want to be... One second, one second. Abdul, hörst du uns jetzt? Okay, ja. Könnt ihr mich hören? Okay. Julie, Julian Farah, ist das okay? Ist das okay, wenn ich euch... Stellt noch mal eine Anfrage, ich hole euch dann hoch wieder, okay? Ja, klar, ich weiß nicht aus. Bravo, bravo. I think you're wearing a hijab, don't want to show your face. Yeah, now it's good, now it's good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. All right. So, we're going to make it like this. How many minutes per session? I think four or five minutes. How much is okay? Abdul, Abdul, Ahmad, how many minutes? I'm all to need only two minutes or one and a half minutes. To ask my question, we'll let him to answer. Give him ten minutes, no problem. Abdul, ist das okay? Geht das klar? Okay, alles klar. So, Ahmad, my brother. Also, ich bin reingekommen, weil ich das schon gehört habe, was er vorgetragen hat. Ich habe den Hadith mitgelesen. Ich habe die Übersetzung mitgelesen und ich weiß, mit welchen Hadith es geht. Und ich wollte dazu Stellungnahmen geben. Okay, ist kein Problem. Ahmad, ich mache jetzt mit Zeit, damit keiner reinreden kann. Damit das fair ist und respektvoll ist, ja? So, Ahmad, he said he read the Hadith that you were talking about, he wants to talk about it. And I said it's no problem. Cool, cool, I love it. But ask him first of all, I have to understand his religion. Der braucht mir jetzt nicht diese Fragen zu stellen. Ich gehe auf den Hadith rein. Abdul, Abdul, bitte, bitte, ganz kurz. Es muss respektvoll sein, dabei, deswegen gebe ich euch gleich die Zeit. I will need to tell... Abdul, eine Sekunde. Ahmad, when you debate with him, remember what I told you? I think you know what I'm saying. Okay, 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 I got it. I don't remember, I don't remember. But let me ask him directly. I just want you to be respectful with him so that he's not going to, you know... No, bro, the Muslim old one is always insulting me. I never respond. Okay, okay, bro. You can see my YouTube channel. Okay, so let me ask him first because before I debate anybody, I have to know his faith, his religion, what does his belief? Because, for example, if he is Ash'ari, or if he is Shiai, or if he is Ahmadi, you know, I have to know his religion before I ask him. For example, if he is a Shiai, how can I bring Sahih al-Bukhari for him? It doesn't make any sense, right? Absolutely. So I need him to tell me now, before we start, I need him to tell me his religion, his faith. Okay, okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ich bin Abdulazim Kamus. Ich bin Muslim. Und ich bin Sunnite. Und ich wohne in Deutschland. Speak Arabic. Speak Arabic. It's okay. Let him speak Germany for the audience understanding also. Not a problem. You will translate every word. Not a problem. Okay, genau. Und ich glaube an die Grundfundamente des Islam und der sunnitischen Glaubensgemeinschaft, nämlich wir richten uns nach Koran und Sunna und Isma' und Al-Qiyas und die verschiedensten Methoden zur Ableitung von Ahkam, von Rechtsurteilen. Das heißt, im Großen, Muslim Sunni. Und ich möchte auch die gleiche Frage stellen, dass er bitte mir sagt, damit ich weiß, mit wem ich hier zu tun habe. Okay. He said he's asking you the same question as you asked him right now. But I didn't get my answer. Where's the answer? Say it again. You can ask him in Arabic. Maybe he understands in Arabic. Okay. What are your Instrums? Okay. You are Muslim. You are Muslim, Sunni. I can trust my records of the spheres of the Теперь. You know the Kan sovereign verse. Word, undats Yes. und ich mache es in den vielen Wissen. Und wenn ich mir meine Wissen, dass ich meine Wissen, oder wie ich meine Wissen, oder wie ich meine Wissen? Du willst mich jetzt jetzt sprechen? Nein, nur ich will. Ich will jetzt das Wort. Du willst mich jetzt nur be- Ich möchte es entdeckten, einfach verhalten wurden. Er hat mich noch aus gefühlt. Dr. Eben. Die Maß der Sünne ist eine körperliche Kraft. Ich habe mein Kind, wie er sich geliebt hat. Aber die Wahrheit stammt zu dieser Anführung von den Hüteren. Oder die Zwiebeln haben von sich selbst bei den Tölten. Aber ich bin jetzt auf diese Hadeet, die ich gesagt habe, und ich möchte etwas sagen, vor allem. Ich sage es jetzt in zwei Gramm, in der Germanische Sprache. Ich möchte das auf Deutsch sagen, diese zwei Sätze, dann gebe ich ihm das in Englisch. Okay, er möchte es sagen in Deutschland, er möchte es sagen in Deutschland, und dann wird er zurückkommen. You hear me? Okay, super. Flex kennt mich vom letzten Mal. Ich debattiere nur unter einer Voraussetzung. Okay. Und zwar ein gutes Benehmen, Respekt, auf Augenhöhe und sachlich und ohne jemanden zu beleidigen oder etwas ihm zu unterstellen. Okay, Ahmad. Was ich sagen wollte, ich sage das für ihn nochmal auf Arabisch. Okay. Ahmad, was er sagt, wenn wir diskutieren, er möchte den Respekt. Er möchte, wir sollten auf dem gleichen Level sein. Und er möchte Augenhöhe und keinen Respekt. Und er sagt, there is no problem. Also nochmal Abdul, Ahmad ist sehr, sehr respektvoll, da musst du dir keine Sorgen machen, Abdul. Wäre er respektvoll, hätte er nicht so ein Bild dargestellt und er sagt, das ist Gott der Muslim. Okay. Um, er sagt, wenn du sehr respektvoll bist, warum machst du das Bild, das Bild, das Bild dargestellt? Ja. 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 Don't talk over me, right? If you heard anything, just write it down, the point. Memorize my point and you can, in your time, you can respond, right? Okay. Why? For the audio understanding what we're talking about, we don't want to yelling, we don't want to jumping, talking over each other. We want, we're looking for clear and beautiful as a friend conversation, not fight. Not arguing, not against, right? As a friend. So let's go. So how many minutes do you want to take? Abdul, how many minutes would be your wish? I would like to say one more thing. I came here to make this hadith, which he presented to all people, to comment and say to them. And I want to show you what he is, who he is and what he believes. Okay, he said, who are you and what kind of God do you believe? I mean, it's clear that you believe in Jesus Christ, but he wants to hear it from you in Arabic. Okay, so just say to him and then he's going to be... Okay, so first of all, I'm a Muslim from Islam from the family of the country, the Assyria, the Harriqa, the Halaby, a bit on the ground. Okay, so I had to see him in the streets of the sea, and I was buried on Islam, and Ich habe mich in der Kirche und der Kirche und der Kirche und der Kirche und der Kirche. Und das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, und das ist die Wahrheit. Ich habe das Thema über den Hadeet, das was ich an den Menschen gesehen habe. Und du hast mich an, um zu den Gehäden und zu den Gehäden, um zu den Gehäden, um zu den Gehäden. Und um zu dem Gehäden, um zu diesem Gehäden zu kommen, um zu dem Gehäden, um zu dem Gehäden. Er sagte, er ist nicht gekommen, er kam zu antworten, nur diese Hadees. er unterbricht mich in mitnehmen ich habe sie gesagt Flex, ich habe dir gesagt, ich bin gekommen, um das zu kommentieren, was er von den Leuten hier gesprochen hat, du hast das selber gelesen, in Deutsch, dass Gott seine Form verändert und dass Gott und so weiter uns stimmt zu lernen. Ich bin hier gekommen, um diesen Hadith, den er vor den Leuten in einer lächeligen Art und Weise zu kommentieren. Jetzt will er mit mir darüber sprechen, über Masih Bajjal und über das und über das und ich kommentiere hier nicht, um mich zu verzweigen, sondern nur um den Hadith, den er von dem Buch Ebn Manda und er liest und du liest die Übersetzung und ihr wundert euch darüber, wie Gott bei uns vorgestellt wird. Wenn er damit nicht einverstanden ist, dann gehe ich raus. Ich habe nichts geschrieben, Frau, ich habe es nur gelesen. Sorry, ich bin sorry, mein Englisch. So, ich bin zurück. Ganz kurz, ich bin zurück. Again, Abdul, oh nein, Ahmad, er hat gesagt, er möchte über das Thema, das wir in 20 Minuten hatten. Okay, also, er ist einverstanden. Kann ich fünf Minuten nehmen und er nimmt fünf Minuten? Genau, ich gebe ihn jetzt fünf Minuten. Dann gebe ich dir fünf Minuten, okay? Should I make my claim and give me a answer to nothing? Should I make my claim to answer or we want to answer about nothing? What do you think? I'm going to give you five minutes and then we start about the Hadith that we had. Okay. Yeah, yeah, yeah. On this Hadith, specific Hadith. No problem. So, let's go. Guys, I'm asking our brother and sister Muslim. So, why if your Allah as a God is almighty? So, why he will change his form? He has a form and he will change his form from kind to different kind in the day of resurrection. So, the companion asking Muhammad, oh prophet, we will see Allah on the day of judgment. He said, look the moon, like there is no cloud under it. You will see it like that. And Allah, he will come to the Muslim. And Allah said, however who worshiping who, they will go with own God. Whatever, for example, the Buddhist will go with his God. The Hindu will go with their God. The Christian will go with their God. The Jewish will go with their God. And the Muslim left. Only Muslim now waiting. Everybody gone. Only Muslim waiting, waiting, waiting. Finally, Allah come. Allah came in different form. And the Muslim didn't recognize him. He will come to him. They will ask him, what are you waiting for Muslims? They were saying, we're waiting for our Lord. He will said, I am your Lord. Allah will said, I am your Lord. The Muslim will respond, no, you are not our Lord. So, Allah, he will go. And he come back with the same form. Ahmad, go, go Arabic. Go viral on Arabic. Because in Arabic, it will be even more better. Bro, I need, I need the most, the, my time. Okay. So, Allah, he will come back again in a different, in the same form. The Muslims saw Allah in the first time. They will told him, what are you waiting for? They will say, we're waiting for our Lord. He will say, I am your Lord. Ha, ha, ha. He will laugh. Allah, he will laugh. Ha, ha, ha. I am your Lord. And they will say, oh, you are our Lord. He will, Allah will say, so do you know your Lord? They were saying, yes. How do you know your Lord? And they said, there has a sign. Allah, he will uncover his shame. He will uncover his leg. And the Muslim, and the hypocrite Muslim also. Well, the Muslim, first of all, they will bow down prostrate to Allah's leg. And the hypocrite cannot prostrate because it's hypocrite. Right? When the Muslim lift up his hat from prostration, we will see, they will see Allah change his form again. So my question is, first point, why Allah came to the Muslim in the day of resurrection in different form? Second of all, did you see Allah before? Because the hadith said, they will come in a form, different form. You see it before. Third question. So why you were scaring from Allah? For which reason was scaring from Allah? Third, further question. Fourth question. Remember, what kind of sign in your Allah's leg? Tell the Muslims, knowing Allah, this is Allah's leg. So the hadith came, not just only one book. No, 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 no. The hadith came in Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Beyan Talbis al-Jahmiyyah. He came in al-Ibana li-Ibn Battah. The hadith came in the Sunnah li-Abdullah ibn al-Imam Ahmad. The hadith came in al-Saba'iq al-Mursala li-Ibn al-Jawzi. Where's the book? I can show you the book also. Saba'iq al-Mursala for Ibn al-Jawzi. So the hadith is the most high, authentic hadith. You cannot say the hadith was ba'if. All the salaf scholars accepted this hadith and explained it. Why? Because we have a verse in Quran, in Surah Al-Qalam. The day of judgment, Allah will unkafar his chain. And Muhammad, in the interpretation of the verse in Quran, he gave it this hadith. So this hadith coming from Quran, not from other side. According Quran, because the day of resurrection, Allah will unkafar his food in Quran in Surah Al-Qalam. Right? Take my other time and answer four questions. I hope if you write it down. Go ahead, my brother. Okay. Alright. So I go for Abdul and then let's see. Okay. Jetzt. So, Bismillah Rahman Rahim. Kannst du auch was sagen? Nein, dann versteht keiner. Wir möchten ja. Das wurde auf Deutsch und es kam bei den Deutschsprachigen. Und meine Aufgabe ist, Staub wegzuwischen, aufklären und gegen solche zweifelhaften Sachen in der Offensive zu gehen. Mit Wissen und mit, inshallah, mit Wissen und Gewissen. Nummer eins. Dieser Herr kommt hier und versucht etwas rauszubringen, was zweifelhaft ist, um dann den Leuten zu zeigen, schaut mal, wie die Muslime ihren Herrn bilden oder vorstellen. Es heißt in dem Hadith, dass der Prophet gefragt wurde, O Gesandter Allah, werden wir Allah sehen am Tag der Auferstehung? So sagt der Prophet, ihr werdet gar nicht, sozusagen, ihr werdet nicht in Bedrängnis fallen, dass ihr Allah seht. Genauso wie ihr den Mund hier seht, jeder kann den Mund sehen von allen Seiten, so werdet ihr auch Allah sehen können. Und dann heißt es, in Yawm al-Qiyama, am Tag der Auferstehung, werden die Menschen in Gemeinschaften gerufen. Die Gemeinschaft, die die Sonne angebetet hat, sollen sie ihrer Sonne da folgen. Dann schauen sie, wohin das geht. Das heißt, das sind die Verlierer. Diejenigen, die den Mund angebetet haben, sollen sie dem Mund folgen. Und diejenigen, die das und das, jeder folgt seinen Herrn, den er in dieser Welt angebetet hat. Dann bleiben die Gläubigen und mit ihnen die Heuchler. Und mit ihnen die Heuchler. Dann kommt ihr Herr zu ihnen in einem Bild, die sie verabscheuen. Sie sagen, nein, das ist nicht Form, sondern Bild. Nein, so ist nicht unser Herr. Wir warten hier, bis unser Herr kommt. Und dann kommt er mit einem Bild, den sie annehmen. Dann sagt er, ich bin euer Herr. Und dann sagen sie, du bist unser Herr. Jetzt dieser Ex-Muslim, der jetzt Christ ist, er versucht zu verkaufen. Schaut mal, die Muslime und der Gesamte des Islam sagt, und Gott kommt zu ihnen in einem Bild, das sie nicht annehmen, nämlich verabscheuen. Und danach kommt er in einem Bild, das sie annehmen, und schaut mal, wie sie Gott ein Bild geben. Und wisst ihr was? Das steht aber so. Das steht aber so. Hallo, lass ihn reden, bitte, weil das ist seine Redenzeit, dann übersetzt du für Ahmad. Ja, aber er versteht ihn nicht. Das ist Unrecht. Ja. Abdul, das Problem ist, du musst auf Arabisch reden, weil Ahmad versteht kein Deutsch. Das ist das Problem von Ahmad. Ich rede hier nicht mit Ahmad. Ich rede jetzt auf Deutsch. Und er darf mich nicht unterbrechen. Und kein Mensch darf mich hier unterbrechen. So, ich habe das jetzt wiedergegeben, was der Mann vorgelesen hat. So, wie er es vorgelesen hat. Und dann jetzt meine Frage. Das, was er verkauft ist, schaut mal, wie der Gesandte des Islams, Gott, vorstellt. Er sagt, er kommt in einem Bild, und dann wechselt er sein Bild, sein Erscheinungsbild. Erster Erscheinungsbild, zweiter Erscheinungsbild. In dem ersten Erscheinungsbild. In dem ersten Erscheinungsbild. Ja, bitte. Du unterbrichst mich wieder. Abdul, wirklich. Ich will dich gar nicht unterbrechen. Ahmad möchte mit dir auf Arabisch reden. Halo übersetzt auf Deutsch. Bitte. Bei allem Respekt. Hast du Angst, in dem Arabisch reden? Nein, nein. Ich bin, Alhamdulillah, der letzte der Angst von solchen labilen, bodenlosen Sachen. Alhamdulillah. Mich interessieren die Deutschsprachigen, die solche zweifelhaften Sachen annehmen. Ja, ja, aber du... Merkt euch, hört mal. Merkt euch, merkt euch, dass ihr mich unterbrecht. Und ihr habt hier sehr viele Zuschauer, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Stimmt's oder nicht? Bitte auf Arabisch, wir übersetzen das. Bitte fair sein. Nein. Hast du Angst vor Ahmad? Guck mal. Sag, was du willst. Hast du Angst vor Ahmad? Gut. Wenn du so meinst, ja. Soll ich jetzt weiter machen oder nicht? Soll ich jetzt weiter machen oder nicht? Soll ich jetzt weiter machen oder nicht? Ja, aber Aftung ganz mit vollem Respekt. Du wiederholst dich auch mehrere Male. Du könntest ja auch diese fünf Minuten nutzen. Okay, sehen wir, Leute. Assalamu alaikum. Nein, nein, nein. Warte auf kurz. Du kannst doch halb Arabisch, halb Deutsch machen, dass das die Deutschen verstehen und dann kurz auf Arabisch beziehen. Du kannst ja beides. Und dann wiederhole ich in Arabisch und auf Deutsch und das gleiche. No problem, no problem. Deutsch, Deutsch, no problem. Du kannst doch beide sprechen. Er sagt, no problem. Er sagt, no problem. Er sagt, no problem. Er sagt, no problem. Für mich ist es wichtig, dass die Deutschsprachigen verstehen. Ganz kurz. Juli, hast du diese Energie, alles auf Englisch zu übersetzen? Nein, nein, nein. Warte mal. Warte mal. Ich werde das in Deutsch, in Arabisch komplex wiedergeben. Kein Problem. Okay, dann mach mal. Abdull, just a second, Abdull. Abdull, just a second, sister. Ex-Muslim, er wird es in Deutsch. Okay, lass ihn in Deutsch sprechen und erzähl mir, was er in Arabisch sagte. Ja, das habe ich ihm gesagt. Ich sage ihm, ich sage ihm auf Arabisch die ganze Zusammenfassung. Okay, lass mich das mal übersetzen, damit wir ihn dann gleich ruhig sein können. Let's go. Ex-Muslim, he's gonna talk in German, so the German people understand and then he's gonna say it in English. He's already takes time to speak in German. He's gonna do it in both languages. Now is my turn. I will ask him to speak Arabic to tell me what he respond. Yes. Before I respond on his answer. Yes. He would do it in both languages. Tlatel, tell me what you said in German. Before you give me time. I just read the Hadith as I said. And I said to them, I mean, the things I gave you to them is to understand you of the Hadith. And they've never started with the Hadith. And they said to them to speak in Arabic. I said to them, I'll give you the Hadith as I gave you the Hadith. And you see, I'll give you the Hadith in Arabic. And you read it. So I read it in German. I read it in German. Yes. Thank you. I understand. Do you understand the Hadith? Or do you refuse it? Let me start now. I started now. I started now. I started now. He spoke for five minutes. I didn't spoke. I have to speak now. Right? Yeah. He didn't say anything. He said. He said. He said. Okay. My time, Habibi. Yeah, warte. My time, Habibi. My time. Yeah, but just one sentence. Man. Come on. I didn't say anything. I didn't say anything. I didn't say anything. I just gave the Hadith as he gave it. So you notice that I didn't say anything. No problem. Okay. Abdul. Abdul. Bitte. I'm gonna make myself clear, Abdul. Please speak with Ahmad auf Arabisch. Hab keine Angst. Rede mit ihm Arabisch. Abish. 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 Hey, watchin you four question. What is the answer. No answer. I want to give you a greater question. You take five minutes, you take five minutes, and you didn't answer. Now, let me my five minutes. And write it down the question. No. My five minutes. So you take five minutes. How many five minutes do you want to take? Okay, okay. Two, five minutes, go. Take it. Just answer my question. Repeat. Repeat, Justin. No, repeat. No repeat, Habibi. Okay, no repeat. I have Abba Matba. Let me, let me, let me, let me give. Abdullah, Abba Ahmed. Let me give my comments to the hadith. So you just said I added the stuff from my side, but I didn't edit anything. Okay, okay. You lied on my tongue. Okay. With all due respect, with all due respect, you lied on my tongue. I didn't edit anything from my side. I just read the Hadith and I ask it my question so that is lie when you said I made I put it my own interpretation I didn't put my own interpretation I just read the Hadith as easy I don't need it five minutes only maybe two minutes that's enough and take you five minutes give me one minute man just only one minute each time give me one minute and give him five no problem you want a ten take ten I will take on you one minute then happy happy alhamdulillah jesus alhamdulillah jesus abdul ich gebe jetzt Ahmad zwei Minuten und wir geben er wollte eine Minute gebe ihm eine Minute und dann geben wir die fünf Minuten so wie er gesagt hat I give you one minute my brother okay I let Ahmad speak oh man it's difficult Ahmad right you speak my brother you speak okay I can see it in your face peace of Christ be with you all my lovely brothers and sisters in Christ let's see here this Hadith also I will ask the Sheikh about this small question because the Sheikh I gave him four questions he didn't respond he just made the claim he said I am lying and I put it my own interpretation that is lie because I read their own books and you brother you read the Hadith I show it in camera in Germany right so this is another book guys another high master scholar in 387 after Mohammed died 387 is most high Salafi scholar okay here responding on hypocrites also if we go to page number 149 again same Hadith we have it according what according the verse in Quran according this verse they gave it me this Hadith and they were saying they will see Allah in the day of judgment but the funny thing here brother and sister Allah he will laugh so why I will add one more question why Allah he will laugh ha 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 like that when the Muslim waiting for Allah for which reason so I gave it ten four questions right and this is the fifth why Allah he will laugh ha 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 when the Muslim ask him when the Muslim ask him we waiting our Lord so you're Allah so I don't want to added more questions just you have four questions and this question go answer give him my time brother give him my time let him answer okay 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 Abdul bitte auf Arabisch dann ja damit wir das dann auch später dann übersetzen können okay erstmal gebe ich auf Deutsch und dann gebe ich auf Arabisch damit die Leute erstmal eure Botschaft von vorhin nicht so einfach verschlucken dieser Mann will sagen schaut mal der Gesandte sagt Gott kommt in ein Erscheinungsbild schlecht und danach kommt er in einem anderen Erscheinungsbild und dann wundern sie sich und dann sagen sie ha 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 guck mal wie die Muslime Gott geben ein Erscheinungsbild und da frage ich mich ihr Christen ihr seid in der Lage Gott zu verkörtern in Jesus und dann sagt ihr das ist Gott Mensch auf der Erde das könnt ihr schlucken Gott sogar zu verkörpern in eine Figur die Leute und trinkt und glaubt dass er Gott ist das könnt ihr schlucken und ihr könnt nicht mal schlucken dass die Gläubigen am Tag der Auferstehung dass Gott zu ihnen kommt in einem bestimmten Erscheinungsbild und danach kommt er in einem anderen Bild das wundert mich erst mal liebe Christen wie könnt ihr schlucken dass ihr Gott verkörpert in Form von Jesus und ein Hadith was mehrdeutig sein kann und was nicht unbedingt in genauen Wortlaut überliefert wird und dann wundert ihr euch das ist ein großer Widerspruch fasse mal deine Nase vorher und wenn dein Haus aus einem Glas ist dann warte hallo das ist doch meine Minute das ist meine Zeit also betone ich und auf Arabisch ich brauche nur eine Minute ich kompensiere das in einer Minute und der Mann bekommt von mir das Argument was ihn still macht also das was er verkauft dann sollen sie über sich selber sagen sie verkörpert Gott in Jesus und dann nehmen sie von uns nicht mal an dass Gott am Tag des Endgerichtes zu den Gläubigen kommt in einem bestimmten Erscheinung im Koran steht dass die Gläubigen ihr Gott sehen werden und Erscheinungs Gott Gott hat so gemacht dass er in einem bestimmten Bild und dann verabschreuen sie sagen nein das kann nicht unser Gott sein so auf Arabisch Okay, hold on. All right. You know what is the problem? He's changing the subject. Bro, just, okay. Bro, you give me a chance. You give me my time and you're talking over my time. Okay. So guys, brother and sister, you can see he's shocking from my question. Five questions. He didn't respond. Not even one question. I give it five questions. Why Allah laughed? Let's see here. We have, he denied his Allah attribute. He will become Jahmi Kafir now. He will deny his Allah attribute. We open the book of High Master Scholar. His name, Othman bin Saeed al-Darimi. When he responded to someone hypocrite, al-Muraisi. So here, he proved it to me. Allah is always laughing. Ha, 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 ha. Allah always laughing. I have more than 10 hadith. Same situation. Same hadith. Allah laughing. Inna haa tuhka turidoh. Ha, 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 ha. Why? Again. Look how many hadith. Same hadith. Allah laughing. Why? For which reason he didn't respond? Okay, great. Other point. We said, what kind of sign in Allah's leg? Tell the Muslim, tell the Muslim knowing, trusting this is Allah's leg. Not like other God's leg. What kind of sign? We want to know. Did Allah make some tattoo on his leg? Allah make tattoo? What kind of tattoo? We want to know. For in the day of judgment, I recognize this too. Because I am an ex-Muslim, but I didn't be ex-Muslim in Arabic. I be ex-Muslim in English, because Allah doesn't understand English. In the day of judgment, he will ask me, he will think I'm still Muslim. For when I prostrate, I want to know what kind of leg, tattoo on Allah's leg. Second. So let's go here. You said hadith ahad. That is such a liar. That is not hadith ahad. You have this hadith from more than 10 ways. It's not ahad. Don't lie. And here in this book also. This book, Al-Ibana, from Ibn Battah. Same hadith also. Same hadith. And explain it. There you go. And give you example from Quran. Do you say in Quran also hadith ahad? Uh-uh. So which means, oh yeah, you don't have chain of narration of Quran. Quran is hadith da'if. Yeah, we don't have chain of narration of the Quran. But the question is, still with you. Don't jump to the Jesus. And you ask me why I believe in Jesus? Let me tell you why. First of all, God in Christianity, in John 4, 24, he is a spirit. And nobody can see the God and still alive. And in John 1, God sent his word, appeared in a flash. In John 1, 10. Go read it at 1, 11. The word of God became a flash, which means the most high, powerful, the God, he can do whatever he wants. He sent his word, prepared this body inside the mother Mary and appeared in this flash. We are not believing the man become God. But how about you? Your Allah doesn't have a spirit. And he has a two right hand with a five fingers, one foot, put it in a hellfire. How come you're worshipping a statue and you're saying this is a statue of the God? Your Allah limited on the chair. And he will come down, go up, come down every day, a third part of the night, the lowest heaven. Wait a minute. In the day of judgment, Allah will enter to the hellfire. Man, come on. What kind of God you're worshipping? Your Allah entering to the hellfire. But Jesus Christ, he told me, however you believe in my name, he will be with me in heaven. So, your Allah promised you in Quran, every single Muslim going to the hellfire, even Muhammad going to the hellfire. And Allah going to the hellfire in As-Santik Hadith, because Muhammad said in As-Santik Hadith, according to the lake, the proving lake, the day of judgment, the hellfire will keep on saying, there is any more till Allah put his foot in it. And that time, the hellfire will keep on saying, enough, enough. So, which means you're changing the topic about Jesus Christ. But I came to prove to you, Jesus Christ, he's almighty. He's a word of God, appeared in a flash, he's unlimited, infinity everywhere, anytime. Not like your Allah limited sitting on his chair in seven heavens, and he will come down every day at third part of the night to lowest heaven. Don't change my topic again, and stay on my questions. What kind of sign in your Allah lake? Why Allah changed his form three times? Why you guys were scaring from Allah at the day of judgment? Why Allah laughing? For which reason? Go on, sir. Okay, jetzt musst du antworten, Abdul. So, also schaut mal, wie er lacht und wie er diese Sachen wiedergibt nach seiner Art und Weise, dabei drei Sachen sind zu merken. Nummer eins, er hat den Hadith verlassen. Er geht jetzt und spricht über das Lachen von Gott. Er spricht über das Bein Gottes und er spricht über die bestimmten Eigenschaften, die da und da erwähnt werden. Und schaut mal, wie der Fokus wieder weg, zerstreut wird, damit wir nicht in dem Hadith bleiben, damit wir nicht die Kernbotschaft des Hadiths erstmal bearbeiten. Wenn wir das abgehackt haben, dann können wir über das Lachen und wenn wir das Lachen auch abgehackt haben, dann können wir über das Bein sprechen. Schaut mal, schaut mal, wie er einfach nur rum spricht, da und da und da und ich kann das machen, aber das bringt nichts. Das ist nicht sachlich, das ist nicht strukturiert genug. Bleiben wir bei dem Hadith. Ich habe ihm gesagt, wenn du dich wunderst, dass Gott ein bestimmtes Erscheinungsbild zeigen lässt, eher sollst du dich darüber wundern, dass du, oh Christ, Jesus oder Gott verkörperst sogar. Du gibst nicht nur ein Erscheinungsbild, du gibst ihm einen Körper, der isst und trinkt und in den Märkten geht. Und der geht gar nicht darauf ein. Warum? Weil sie sind nur damit beschäftigt, zu schießen in Dingen, die sie falsch verstehen wollen. Und ich komme nochmal zu seinen Fragen, aber meine Frage bleibt trotzdem offen. Er soll mutig sein und mir sagen, warum wundert er sich über das Wort Erscheinungsbild Gottes? Und warum wundert er sich nicht über sein Grundglaube, worauf sich alles baut, nämlich, dass Gott bei ihnen nicht nur ein Bild hat, sondern er ist ein Körper mit Blut und Nerven und Knochen. Und er geht und sie sagen, das ist Gott oder das ist Sohn Gottes und dem dienen wir. Hallo. Wenn dein Haus aus Glas ist, dann versuch mal nicht, die anderen mit Steinen zu werfen. Mit Steinen zu werfen. Punkt. Zu seinen Fragen. Der Hadith ist einfach zu verstehen. Wenn der Hadith... Und wartet mal. Er hat gesagt, dass der Hadith nicht erhard ist. Und er sagt, zehn Personen haben den Hadith überliefert. Dabei widerspricht er sich gleich in demselben Video. Am Anfang hat er gesagt, zwei Sahaba haben das überliefert. Abu Huraira und ein anderer. Jetzt sagt er, zehn. Und wo bringt er euch? Er öffnet diese Bücher und mich täuscht das gar nicht, was du da hast. Hier. Wenn ich nur über Bücher... Ich mache sie nicht in meinem Hintergrund, ja? Ich mache sie nicht in meinem Hintergrund, um die Menschen da zu täuschen. Alles klar? Ich mache einen ganz neutralen Hintergrund und brauche nicht den Leuten zu täuschen. Und brauchst du nicht so zu öffnen. Er geht aber in einem anderen Hadith, wo es heißt, innakum satarauna rabbakum natu damuna firu yati, wo es nicht damit zu tun hat, dass er in einem Erscheinungsbild kommt und er geht in einem anderen Erscheinungsbild. In den anderen Überlieferungen gibt es gar nichts mit diesem Erscheinungsbild. Und dann täuscht er die Leute. Drittens. Ich gehe immer noch auf seine Fragen. Ja. Wenn Allah das möglich macht, dass er am Tag des Endgerichtes sich vorstellt, in einem bestimmten Erscheinungsbild. Und Allah kann sich ein Erscheinungsbild. Es steht, dass im Paradies, dass die Gläubigen ihn sehen werden. Und weißt du was? Schau mal bitte in deinen Schriften, obwohl ich nicht zu den Leuten gehöre, die die Tora und das Evangelium irgendwie angreifen. Ich nehme sie mit Ehrfurcht. Und ich glaube an die Inhalte und mache mich nicht lustig. Aber ich sage trotzdem, gibt es Stellen. Was? Ich habe doch meine Zeit. Es gibt Stellen, wo Gott, wenn man das Fleisch kocht, was man geschlachtet hat, dass er den Dampf ein Atmet, dass er den Gauk ein Atmet, und ich sage jetzt in 40 Sekunden. In das Gleiche. Hey mein, ja, ja, achi المسيحi, oder النصران, was ich sage, ... ... ... Und dann sagte ich, er ist zehn von den Zahaben. Du hast in der ersten Zeit gesagt, dass die Zahabien, und dann zehn von den Zahaben. Und dann ging es. Der Problem, mein Bruder und Schwester, der Problem ist, wenn jemand nicht mehr mit Wissen und er nicht will lernen, dann kann man nicht erörter ihn, zu erörteren, zu erörteren. Genau? So, habe ich gesagt, die Hadith kam von zwei Kampenien? only this hadith is a specific hadith i showed you first hadith in your religion two companion communicate in one hadith and you said this is hadith ahad i suggest you brother with order to respect go learn ilm al hadith and let me tell you what kind of book you should learn it read it to understand the difference between hadith right first of all go download the book if you can buy it buy it no problem the book name is alfiyyat al-sayyouti download it alfiyyat al-sayyouti or if you can't read it alfiyyat al-sayyouti go read alfiyyat he will teach you al-sayyouti he will teach you al-mail hadith right so this first and second habibi come to see you said hadith is baif hadith is ahad it doesn't matter let's say hadith ahad according you let me that ahad let me that ahad cool did you deny that this hadith or accept it let's see ya habibi ya amri enta let's you see me and you this is a hadith in arabic i showed you now follow me huh follow me this is the hadith right what at the howwala fee surati correct let's go let's go me and you the chain of narration of this hadith okay so i think he should talking here he should say here something no still okay there you go nobody said this is hadith ahad they tell me all his sheikhs okay and hear what he said boo see the hadith see the hadith see the second hadith i'm showing right right b b b b b b b look 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 you said this hadith is ahad how come how can be ahad when you're allah masha allah he will uncover his leg for which reason so now come back you said i changed the topic no habibi no no ya amri i didn't change anything you start changing the topic you from the beginning made the claim and you came to answer this hadith and came to jump from this hadith to ask me about just no problem no problem we don't believe we don't believe the god have a flash we believe the god is a spirit in john 4 24 he said i didn't respond i didn't answer it ya habibi open your brain john 4 24 god is a spirit done and john one chapter one go read it the word of god jesus christ he's the word of god appeared in a flash word of god prepare the flash for himself because the god his most power all-powerful like your allah when appeared in a tree in surah same as your allah when he appeared in a tree right so do you think that tree is allah body no everyone is saying no problem but which one is the greater our god word of god appeared in a flash your allah word of your allah appeared on a tree which one is a greater tree or a human which one greater just answer this question in your turn come back to my question why your allah he will laugh in the day of judgment what kind of sign in your allah lake tell the muslim knowing this is allah lake why the muslim will be scaring from allah face in the day of judgment will you say we seek refuge in god from you why allah need to change his form that when he changes for did he change his gender too there you go go answer my question okay should i give him his time ahmad yeah okay hold on all right so wie ihr merkt dass mein gegen argument wird einfach am ende so am rande und er gibt nichts etwas konkretes dagegen und dass er in der lage ist gott zu verkörpern in form von jesus dabei gibt es richtungen bei den christen manche sagen der ist gott und andere sagen nein der ist sohn gott und dann machen sie die die dreifaltigkeit gott vater gott sohn aber andere sagen das ist gott gott unter dem gott mensch das ist die erscheinung gott auf der erde er gibt mich darauf ein und dieser mann hier kurz war schutz mal schutz mal die er so macht wie ein kleines kind also wir haben über respekt gesprochen ja und er macht mich guck mal schauen und da da sieht man schon das niveau von diesen leuten zweitens er redet über hadith und als ob ich nicht akzeptiere ich habe kein problem mit dem hadith ja baby ich habe gar kein problem mit dem hadith du hast ein problem weil du ein ein verständnis hast was gar nicht der hadith spricht wenn wir bei uns im koran ist gibt es meinungsverschiedenheit ob die menschen gott sehen werden oder nicht wenn alle sagt die gläubigen die gesichter werden zu ihrem gott sehen und mit leuchtenden gesichtern werden sie zu gott sehen manche von den ulama wie sie haben gesagt nein es gibt kein sehen denn gott kann man nicht erfassen andere nehmen das wortwörtlich und sagen die werden aber sehen und sie werden aber sehen in einem bestimmten bild wie willst du das dann nennen die sprache muss irgendetwas tragen du wirst ihn in einem bestimmten bild sehen ich habe da kein problem mit dem hadith und er macht so guck mal und schau mal und schau selbst wenn der hadith von einzelne personen sind und er weiß nicht ich gehe mit dem hadith nicht gleichermaßen um wie ich mit dem koran umgehen mit dem koran gehe ich wortwörtlich weil ich weiß dass das das genaue wort ist mit dem hadith ich nehme alles mit skeptisch das weiß er nicht und er will mir lehren in hadith wissenschaft geben und dabei ist das meine expertise und der mann sagt als vier es gibt keine vierte muss aber es gibt es muss man er macht als würde er die quälen kennen als vierte muss aber gibt es gar nicht es gibt die menschen von daher er redet er redet ja und zu diesen minuten wirklich möchte ich mich an es gibt diese mounting ihr habt ihr zu versucheten minimom schicken und wenn ich kalt habe, ich habe nicht gesagt, ich habe das Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Er hat etwas gesagt zu letzten Sekunden, dass Allah dem Baum erschienen ist. Steht nicht im Koran. Steht nicht. Da sprach er von dort. Und das ist etwas anderes als Erscheinen. Bitte schön. Okay, okay, okay. Momentlich. Ich werde dich sprechen, Ahmad. Gib mir nur eine Minute. Ich brauche nicht so lange. First of all, what I have to say, which is very important, auch für die ganzen Zuschauer von meiner Bewertung. I have to be honest. Und ich muss ehrlich sein. Ich wiederhole mich nochmal. Abdul, you have to answer Ahmad's question. Because Ahmad hat dir Fragen gestellt. Du beantwortest sie ohne Quelle. Ahmad brings the source. Du antwortest aber ohne Quelle. Wir wollen von dir die Quelle haben. Wenn du schon was sagst, warte Abdul, alles gut Abdul, alles gut Abdul. Keiner greift dich an. Ich muss fair bleiben. Ahmad zeigt Quellen. Abdul, du hast uns bisher keine einzige Quelle gezeigt. Du hast alles nur von dir aus heraus philosophiert. Wir wissen nicht mal, ob das stimmt. Ahmad hat aber mit Quellen bewiesen. Das heißt also, bring uns bitte die Quelle und widerlege Ahmad. Wenn du sagst, das was du sagst ist die Wahrheit. Denn bitte widerlege es bitte mit einer Quelle. Weil du redest mit einem Ex-Selefi gerade, der diese Religion richtig ausgelebt hat. Der hat Ahnung, er weiß, was er da zeigt. Er sagt das nicht einfach so. Ja, deswegen bitte bring Ahmad die Quelle, Abdul. Because you speak without sources. Please. So, I'm going to give the speaker now to Ahmad. Okay. I think a brother, every single brother and sister in this live stream, memorize it, my question, right? Everyone. Everyone memorize it. However, who memorize it, my question, guys, type one. Please. Type one for Abdul. Try to memorize my question too. Cool. First point. Second point. Abdul, how many times I will explain it to you about Jesus Christ? Please bring pen and paper, please. Bring pen and paper and write it down. John 4, 24. Repeat after me. John 4, 24. John 4, 24. John 4, 24. Which means John 4, 24. Meaning, God is a spirit. Can you see the spirit? No. Do limited the God? Doesn't have a power? No, he has a power. The God is a spirit. Is unlimited. Infinity. Everywhere. Anytime. Why? Because in John 1, said, first verse, in the beginning was word, and the word was God, and the word is God. In verse number 10, he said, the word appeared in a flesh. The word appeared in a flesh. Let me explain it to you because you didn't understand your religion. I feel sorry for you. How can you understand the Christianity? You have no answer. When I told you, learn from Al-Fitr al-Sayyuti and from Ibn Salah, oh, you have to, I have to add it for you, a word of Muqaddimah. You don't know Muqaddimah? You make yourself sheikh, you're doing da'wah, you came to debate. Come on, I have to teach you. Leave this alone. Let me come back to Christianity. No problem, Habibi. I can see you are scared from your religion. You have no answer. I have more than 20 minutes waiting for your answer. You're just circling, circling, jumping on Christianity. So if you didn't deny the Hadith, why are you wasting my time? Why from first time you said, oh, Hadith is ahad. For which reason? Why you said ahad? If you accept it and accept whatever your scholar self, explain it. Why you deny the first time and second time and third time? Just respond. Why Allah, he will laugh in the day of resurrection. For which reason he will laugh? Oh, for which reason? What kind of sign in your Allah Lake? Why Allah need to change his form? Why your Muslims will scare from your Allah when he change his form? Your Allah doesn't have a spirit. But he has a form. Which means body. But let me give you this point. Boom, this. Your Allah is a person. Your Allah, according to Sahih al-Bukhari and Muslim, is a person. Because a prophet, your prophet Muhammad said, nobody must have jealous of Allah. Allah is a person. He is jealous. La shakhs aghiyar min Allah. Your Allah is a person. And he has a body. He has a form. And he will change his form. But he doesn't have a spirit. Imagine with me. What's the difference between a statue and your Allah? What's the difference between both? Your Allah doesn't have a spirit. He's a spirit created. Holy Spirit. Jabril, you guys saying, according to chapter 19, verse 17 in Quran, your Allah's spirit is created. But your Allah doesn't have a spirit. He has a body. He has a form. You admit it. Your Allah has a form. You admit it. And your Allah, he will change his form three times. Will scare the Muslims. Why? Please respond my question. I want to know. Seriously, I want to know. Why Allah, he will scare you on the day of judgment? For which reason? Why he will come? Did your Allah, he will come in a form of antichrist? Because your Prophet Muhammad compared your Allah with the antichrist. He said, your Allah has not applied like antichrist. Why? For that, you guys were scaring from the form of Allah on the day of resurrection. Answer my question, please. How many times I will respond to your question? Your turn to answer my question. You have five questions. I don't want to add more. I have more. I can add three more now. But I don't want to add more because I can see you have a weak knowledge. All you can do, just circling, waffling, circling, wasting time. Please, choose one. Choose one of the questions and answer it, please. Go ahead. Dieser Mann erinnert mich an ein paar Salafi-Brüder und Habashi-Brüder, die die ganze Zeit da im Internet gegeneinander streiten. Und jede Partei nimmt ein paar Hadiths über die Eigenschaften und die Attributen Allahs. Und die andere Partei lehnt das ab und so weiter und so. Und dann merkt man, dass er genauso oberflächlich war in seiner Salafi-Zeit. Salafi heißt nicht, dass er fundiert im Wissen ist. Für den Moderator, der ihn verehrt. Salafi heißt, er war oberflächlich. Nur damit du es weißt. Also Salafi heißt, er war oberflächlich. Wäre er Makassidi, wäre er von einer Schule, die intentionsorientiert und die wirklich mit Verstand und Rationalität, dann wäre er etwas ein tiefer Mensch. Das heißt, alleine von seinem Werdegang war er ein Oberflächlicher, der die ganze Zeit rumschreit und streitet über ein paar Eigenschaften, die mehrdeutig sind und die mehrere Metapher haben. Wir kennen das. Wenn es heißt, wenn diejenigen, die dir die Treue geben und sie geben dir die Hand, sie geben Gott die Hand. Das heißt nicht, dass sie die Hand geben. Das heißt, das ist eine Ehrung für sie, wenn sie dir die Hand schütteln. Oder wenn der Prophet sagt, dass da in der Kaaba der schwarze Stein die Hand Gottes auf der Erde ist. Das ist alles Metapher. Oder wenn Allah sagt, nein, die Juden sagen, Gott sei geizig. Und dann sagt er, nein, seine Hände sind ausgestreckt. Das heißt, er ist freigebig, er ist gütig und so ähnliches geht es in vielen, vielen Eigenschaften. Genauso wie mit dem Bein. Die Araber benutzen das als Metapher, wenn es ganz, ganz schlimm wird und hart wird. Dieser Mann erschwurm die ganze Zeit in seiner Zeit in solchen Diskussionen. Und du sagst mir, gib mir deine Quellen. Ich thematisiere nicht hier ein Thema. Wenn ich mein Thema bringe und dann bringe ich dir alle und zeige ich dir auch genauso wie er. Ich komme, um hier ein Hadith von ihm zu kommentieren. Dass ich ihm sage, wo ist das Problem? Ich gehe doch auf seine Fragen ein. Weil er sagt mir, wie erklärst du das, dass sie sagen, Gott kommt in ein Erscheinungsbild. Das ist nicht Form. Er sagt immer Form, 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 Form. Gibt es nicht Form. Erscheinungsbild. Ja, ich kommentiere das. Ich sage, wo ist das Problem? Ich habe damit gar kein Problem. Wo ist denn dein Problem? Und wenn er mir sagt, Jesus ist das Wort Gottes und am Anfang war das Wort und Gott ist das Wort. Das kenne ich und er nennt mich als unwissend im Christentum. In solchen grundlegenden Sachen. Und ihr merkt ja, er hat den Titel wieder geändert. Er hat nicht dieses Mal den alten Titel, wo er sich geirrt hat, sondern er hat meine Benennung übernommen. Und dann weiß man, dass er nur euch täuscht. Nur euch täuscht. Nur das zu zeigen. Der Hadith, den er hat, er wurde nur bei einem Überlieferer. Ibn Husayma überliefert. Und wenn ich sage, er hat, das heißt nicht, dass ich das ablehne, sondern er hat, ich nehme den Hadith als Wortlaut mit Vorsicht. Und ich gehe nicht davon aus, dass das genau der Wortlaut ist. Und deswegen gehe ich doch. Aber er besteht darauf, dass er über das Lachen spricht, über Eifersucht spricht und über Bein spricht. Und all diese Sachen sprechen nur Metapher. Und ich sage nochmal, Gott sagt im Koran, Keiner ist ihm ähnlich. Und er ist der Allhörende und Allsehende. Und alles, was an Eigenschaften und Attributen in der arabischen Sprache kommt, das ist nur, um den Sinn zu kennen. Wir wissen nicht, wie das ist. Und nur einen Sinn zu erreichen. Und meistens ist das auch Metapher. Und das ist das. Ich sage, in die тепelung der Arabic ist, aber ich habe eine gesagt, dass ich mir das weil er die die Menschen vielleicht kann, wie er von einem als Nr. und zwar aber auch, ist das, nicht der Nr. Ich habe keine Probleme. Ich habe mich auf Antworten. Was ist der Nr. Was ist der Nr. an? an? Dann haben wir eine Nr. eine Nr. nicht der Nr. Ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme mit dem Nr. Das ist der Nr. Und so, du hast du jetzt die Nr. Wenn man sich das nicht verantwortet, wenn man 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 das nicht verantwortet, weil man das nicht verantwortet, weil man das nicht verantwortet. Okay. Bobby, kannst du das bitte für Ahmad übersetzen? Ja, natürlich. Ich muss aber erst mal sagen, ich versuche hier so neutral wie möglich Er sagt, er sagt, er sagt Er sagt, er sagt, du entschest, du denkst, du denkst, du denkst, du denkst nicht, ihr sehen es genau so. Bitte, bitte antwort auf die frage warum lacht gott am tag der auferstehung warum lacht er warum die lieben geschwister und brüder unterstützt mal den bruder achmad ja flex kannst du kannst du beide aufmachen dass sie untereinander normal reden und ich versuche für die deutschen zuschauer zu übersetzen auf deutsch mir ist lieb wenn die beiden auf arabisch reden weil ich habe das jetzt auf deutsch genau weil ich möchte dass die beiden auf arabisch reden genau ok ok abdull und ich habe gesagt die sollen auf arabisch reden zubald ist fach übersetzt soll abdull mir sagen stopp. Okay. Du sagst Hadith Ahad. Schau Leute, wenn er kann, dass er hat 500 Dollar. Falls er beweisen kann, dass dieser Hadith schwach ist, kriegt er von ihm 500 Dollar. Schwach? Er hat nicht gesagt schwach. Ohohohoho. 500 Dollar, jetzt habe ich 500 Dollar. 500 Dollar. Sie wissen, was ist er? Sie wissen, was ist er? Was ist er? Sie wissen, was ist er? Sie wissen, was ist er? Sie sagen, wenn ich den Hadith schwach ist, dann habe ich 500 Dollar. Was ist er? Er hat gesagt, er hat gesagt. Er hat gesagt, er hat gesagt. Ich sage ihn, ich sage ihn, ich sage ihn, wenn er es, wenn er es, das Hadith ist Ahad, dann werde ich ihm 500 Dollar jetzt geben. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt, kannst du mir erzählen, was das Hadith Ahad bedeutet? Go ahead. Ah! Ja, das war nicht vollends. Das war nicht vollends. Ya Allah! Du sagst Hadith Ahad. Ja, bismillah. Wer sagt Hadith Ahad, Leute? Ich oder ihn? Er hat gesagt Hadith Ahad. Jetzt sagst mir, was das Hadith Ahad bedeutet? How allez denn ichagen? Ich sage ihn mir keinen H preferen dimensional lang. Er hat gesagt foi. Hier wird das Hadith Ahad bedeutet. Er hat gesagt, ich spiele dir 500 Dollar. I will give you 500 Dollar. Come on. Du wißt wはいelard? Let me make it shorter for you. Er hatONEY. Ihr habt die Zeit. Die Zeit. Wie Currently? Komm, 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 komm Denn er spricht über mich, denn er spricht über mich. So, ich gebe ihm die Bombe. Die Hadith, also Ibn Abbas und Ibn Mas'aud, sagt es. Bombe. So, nicht nur Abu Sa'id al-Khudari, nicht nur Abu Huraira, Ibn Mas'aud und Ibn Abbas, also, he will run. He will run, weil er nicht wissen, was die Hadith Ahad bedeutet. So, ich habe ihn von dem Beginn gesagt, das Hadith kam von 10. 10! Und dieser Mann, er sagt, Hadith Ahad. Okay, was ist der Problem mit Hadith Ahad? Let's say Hadith Ahad. Wo ist meine Antwort? Warum Allah, Ha, 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 der Day of Judgment? Warum? Warum Allah will change his form to different form? Scaling you guys. Why Muhammad compare Allah with the Antichrist? Why? What kind of sign in your Allah leg? What kind of tattoo on your Allah leg? For the Muslim will recognize Allah leg. Why the Muslim will seek refuge in God from your Allah? He doesn't have an answer. He's just jumping to the Bible. But wait, why am I asking this question? Because you guys believing Allah doesn't have a spirit. So what's the difference between a statue and your Allah? What's the difference between both? And he came to tell me nothing like him. I know nothing like him. Trust me. I know nothing like him. If you show me one like him, I will give you $50,000. Show me one like him. Exactly. Nothing like him. Because two right hand, one foot, five fingers, and doesn't have a spirit. Right? So are you coming to talk about Almighty, the Creator, Jesus Christ? Man, Jesus Christ, He created Allah, and created Muhammad, and created you from His own tongue. He said, Be to be. He created you. Are you coming to talk about Him? Why? Because we believe that God is a spirit. Nobody can see the God, but we see God through Jesus Christ. Absolutely. He said that. Jesus Christ, He said, however who see me, He sees the Father. What does that mean? Because He is a spirit. Word of God. But wait a minute. In Islam, Word of Allah is uncreated. In Islam, Word of Allah is uncreated. Jesus Christ, in Quran, He is the Word of Allah. Yeah. Are you coming to ask me about someone uncreated? Are you okay? Are you okay? He's jumping from topic to topic. He has no answer. Trust me, I'm just playing with him, because from the beginning, when I see the level of his knowledge, I didn't go deeper. I have a lot to prove. I have 10 books now. I can prove it from them. More than each book, more than five pages talking about this point. All the Akhida book I haven't translated. Also Ahmad hat gesagt, anhand seiner Aussage und was er sagt, hat Ahmad gemerkt, dass er eigentlich gar keine Ahnung hat. Ja, das ist, was Ahmad sagt, unser Bruder. Und Ahmad hat gesagt, deswegen hat er mit ihm gespielt, weil er wusste, dass er gar keine Ahnung hat. Ja, und deswegen hätte er auf die Fragen eigentlich eingehen sollen, was er natürlich, ja, nicht getan hat. Aber... Und wie gesagt, keiner war respektlos oder so. Er hat geredet ohne Quellen. Ja, Ahmad hat Quellen gebracht. Und wir waren fair genug. Ja, also er konnte reden. Keiner hat reingeredet, aber es waren einfach keine Quellen da. Ja, also ich habe ihn nicht gekickt. Er ist selber rausgegangen, als Ahmad angefangen hat zu reden. Ja, Ahmad. Go. Also. Ja. So, the Hadith also, Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, he explained it. Mm-hmm. Ibn Taymiyyah also explained it. Ibn Hajar al-Asqalani, also explained it. Those I'm talking about must high, high scholar, explain it. Imam Ahmad, explain it. And he said, however, all the high scholars saying, because Imam Ahmad said, we didn't see the companion arguing about those Hadith attributes. They accepted and send it. They didn't arguing the companion and the group after companion didn't arguing. But wait a minute. This guy, he made his prophet Muhammad liar according Sahih Muslim. For that he'll run away. Why? I have the interpretation of Ash'ari. This guy is Ash'ari. This guy is Ash'ari. And I have respond from Ash'ari. Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi, let me show you this. If any Muslim, Arabic speaker, he can see it. Now, take a screenshot. Imam al-Nawawi, how did he prove it? Muhammad saw his Lord physically from his eye. Let me bring my stick. My teacher's stick. This is an-Nawawi, right? An-Nawawi. Imam al-Nawawi. Yeah. This is Sahih Muslim. Explanation in Imam al-Nawawi. He's Ash'ari. Part two. And page number 387. Look here. So here he said, Most of scholars. Accepted. That. And he said. Allah. Prophet Muhammad. Saw his Lord from his eye. Oh wow. Not metaphor. Not metaphorical. From his eye. He see his Lord. During Isra al-Ma'raj time. According Ibn Abbas. Wow. So according this explanation. This explanation. Because they are going between Aisha and Ibn Abbas. But Aisha didn't bring Hadith from Muhammad to say. Muhammad didn't see his Lord. But Ibn Abbas he bring it Hadith. And he said. Prophet said he saw his Lord from his eye. But wait a minute. In Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah book. Answering the hypocrite Jahmiyyah. Part six. Page 300. I don't remember exactly. But I can prove it to you. Ibn Taymiyyah accepted the Hadith. Muhammad see his Allah and young man form. Muhammad see his Allah as a young man. Give me the Hadith. Let me prove it to you. And he wearing red dress. And he changed it to green dress. No. Yes. Let me bring it. Let me prove it. Give me the Hadith. He saw his Lord as a young man. Let me bring it in Germany. And he wearing golden shoes and golden mask. I don't know why he going to Halloween. Was it one feet or two feet? He didn't say about the feet. But he has two right feet. Because I can prove it from physical book. He has two right feet. Two right feet? Yeah. It doesn't have left. Yeah man. Are you coming to talk about Jesus and your Allah literally handicapped? Oh man. It doesn't have a spirit. Brother, can I tell you something? This man who was up here, Abdul, the man who you'll debate with. He was here before, right Flexa? Yeah, I debated with him and he was not honest. I realized he was not honest to me. I mean, seriously. I mean, I told him at the beginning, if we talk about God, please be honest. When I give you the sources, please be honest. How many times did I give him the sources about John? A lot. A lot. I didn't run. I just respond. He said, you got all the books in the background, so you fool people, you know, but I think different about it. I think you are proving facts, so the books must be near to your hands so you can show them to us. Yes. So, he was sitting on the couch and given no facts, no nothing. So, yeah, that was… So, and thank you for reminding me of something, sister. Yeah. I remember it now. Let me stop it very short. So, he lie on one scalar tank. He lie on Ibn Khuzayma tank. He said, metaphor, that is lie. Because Ibn Khuzayma, now I will show you from Ibn Khuzayma, he proved it, Muhammad saw his Lord in young man form. Give me that, my brother. He lie on Ibn Khuzayma, this Abdul. But let me flip the camera and we will translate to Germany. Okay? Yeah. By the way, Ahmad, you need to send me those PDFs and the books so I can download. Yes. Read the book name, brother. Ebn Khuzayma, what he said. Oh, wow. Okay. Ebn Khuzayma. Ebn Khuzayma. Okay. Now read Ebn Khuzayma, what he said. Part 7, page 198. Go ahead. mögen gottes gebete und friede auf ihm sein ich sah meinen herrn in form eines haarlosen junges einer fülle lockiger katzen auf einer grünen wiese wer ist das? wer ist das? Ibn Khuzaymah boom er lief auf Ibn Khuzaymah ja so Allah ist ein junger Mann Ohne Haare das letzte Mal er lief auch und er war eher beschäftigend mit dir in den bedenken ja wait, 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 wait bevor ich vergessen, bitte ich habe viel Informationen hier wenn du etwas gesagt hast, ich erinnere etwas wissen Sie, dass Allah mit seiner Hand in Mohammed's Breast nein 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 As-Santik Hadith Allah put his hand between Mohammed's Breast Why? Why? As-Santik Hadith and Mohammed feel cold in his breast so Allah coming from Alaska Oh my God Let me bring the Hadith let me bring the Hadith yeah, give it to me Ahmad please yeah and same book Habibi and same book let translate same book next page let me come back let me come back let me come back see same book, same book but next page let me come back one page for you know okay? this is the Hadith now you just read it, right? this Hadith correct? yeah correct okay so now we will go next page okay? yeah uh-huh let me see this is next wait I have to go next yes let's see in Arabic first I know this is before I wanna go next yes next cool read the brother okay okay I don't know I don't know oh dear he said so he put his hand between my shoulders and I found its cool between my shoulders this is authentic Hadith oh no this is crazy yes I have a lot to share about Allah wow a lot to share about Allah Allah man let me bring let me show you Allah he wearing red dress red dress yeah he have two dress only he is a poor man he is asking for law according to Quran do you know that? also Leute auf Deutsch Allah in Quran Ahmad has said Allah has two uh-huh spezielle Bekleidungen Allah is arm he has only two things that he wears on and that he will show us one of them is a red dress that is so insane honestly wow can't see this is most high salafi scholar is the top top salafi scholar come see oh wow this is this is you will laugh you will laugh now ready? yeah we are ready his name ibn al-mohabbas his name is acquired okay the scholar so the book is buch buch der attribute des herrn der welten oh okay tamalat okay chapter 3 page 1410 now go ahead habibi okay us s results okay okay saaib ibn abehatem auftrag von jazid bin sinan und im Auftrag von Yazid bin Abi Hakim überliefert. Okay. Aswad bin Amma sagte, Hamad bin Salama sagte uns auf die Autorität von Katada, auf die Autorität von Ikrama, auf die Autorität von Ibn Abbas, der Ibn Abbas, it's authentic, ja, sagte, der Gesandte Gottes Friede und Segen seien auf ihm, sagte, da meinen Herrn zerknittert, zerknittert, grau in einem grünen Gewand gekleidet, vor allem zerknittert, in der Gestalt eines jungen Mannes, okay, I'm done, I'm done, oh my God, Come on, man, we didn't start yet, man. Amen. I have it in physical book, bro. I have it in physical book. Now I understand why Abdul went about Jesus, because he knew what you was all about, you know, he knew what you was doing. Wow, wow, wow. This is, man, Ahmad, I'm going to be honest to you, this is too much. I didn't talk, I didn't prove anything yet. Still I'm playing. How do you mean you didn't prove anything yet? I didn't prove anything yet, bro. I'm still playing with Abdul. Oh my God. Er hat doch nicht mal angefangen. Der wollte mit ihm spielen erst mal. For that, in the beginning, he cried. He said, we just only came to talk about this hadith. Right? Yeah, yeah, yeah. And he jumped to Christianity. Yeah, he jumped pretty quickly. I was wondering by myself, I was like, man, we have a topic and you're jumping to Christianity, which I don't understand. Because, bro, nobody of them trusting their own Allah. Yeah. So in chapter 47, verse 7, Allah asking for hope. Oh, believer, if you support Allah, Allah will support you. But wait, I will give you something else. Something beautiful. Do you have a device? Do you have a computer or a different device? I have my computer here, yeah. Okay. Now I will give you the chapter and go to the interpretation of Ibn Kathir. Okay? the German days, Luke, what's the one you see here? What's the one you see here? Where do you read it? On the homepage or on the homepage? That's what you see here, Absolutely. It's about Arabic. I just OK. I'll have to read it in English. I don't have to read it in English, but not in English, not in English. I do not have to read it. Just in Arabic. The Arabic you see here? Do you know it's about how you read it? It's about how you read it? It's about how you read it. you should find it. You can find it in English. In Instagram, In YouTube, In WhatsApp, In WhatsApp. You should see what's up. Okay. Also, das sind arabische Seiten, der übersetzt sie auf Deutsch. Ihr könnt quasi in seiner Bio reingehen. Dort stehen quasi alle Informationen und da steht auch eine WhatsApp-Nummer. Das bedeutet, ihr könnt die WhatsApp-Nummer nehmen oder Telegram und ihm schreiben. Und wenn ihr Fragen habt, kann er die Fragen euch gerne beantworten. Ja, ich werde in Kontakt mit Ahmad in Telegram sein. Das wäre fantastisch. Von heute auf, Ahmad, werde ich ein Scholar sein. Ja, du musst. Du bist größer als Mohammed. Du musst mich teachen. Ja, jetzt open zu 57, vers 11. Okay, gib mir ein paar Sekunden. Kur'an. Okay, Kur'an. Surah. Surah Al-Hadid, Zairan. Chapter 57, vers 11. Ja, gib mir ein paar Sekunden. Es ist Al-Hadid, right? Ja. Okay. Du musst lernen German, brother. Germany. Germany, oder Pakistani, oder Andonee. Oh, wir brauchen dich in Germany. So, ich ging zum Indonesischen Live-Stream. Also, sie sagten mir, du musst lernen Indonisian-Language. Ich ging zum Pakistani Live-Stream. Ich ging zum Beispiel, wie ich kann. Ich brauche ein Flash-Memory. Okay, ich bin glücklich, dass du in Englisch sprachst. Das ist sehr gut. Ja, ich lerne Englisch. Ja. Ja. Alla ist giving out money in this Hadith, oder was? Nein, nein, er ist looking for loan. Ich verstehe. Aber wenn du auf die Interpretation von Ibn Kathir- Du hast das Ibn Kathir- Interpretation? Tafsir? Auf die Tafsir Ibn Kathir, und du wirst du schreit. Which website do you use for the tafsir? Okay, go to quranx.com Okay And open Let me show you how X or Ask? X, like X-ray Okay Okay, I have to open Yeah, verse 11 And in the corner You can see two buttons One hadith, one tafsir Hold on You see it? My brother Let me show you Under Yeah Let me show you Let me show you I see 8 Okay, I see Look here, brother This is the website Quranx.com I know I am on the website 57 11 Manzal al-lazi yuqridu allaha qardan hasana Fayudahifu lahu walahu ajran kareem See this corner? Yeah Huh? See? I click tafsir Yeah, yeah Click tafsir And you will read You will read the beautiful hadith Wait, let me go down Because here Abu al-Dahdah He came Holy prophet Holy prophet Let's see here Hadhrad Abu Abdullah ibn Masaud Ah Ahmad, should I Should I take Ibn Kathir Or Jalalain? So Ibn Kathir Oh yeah Look here Ibn Kathir He's read it Look Ibn Kathir Go to Ibn Kathir So here So here Look here Who is Let me translate to Germany Will be great Let's see if I can translate to Germany Or you can open it See Last Okay Terjama For you laughing Because there is a story Funny story When Terjama Okay, great Can you read Wer ist derjenige, der Allah ein staatliches Darlehen leitet What the hell Dann wird Allah es zu seinem Kredit um ein Vielfaches erhöhen Really Durch die Rückzahlung Look at this guy now Now you will laugh You have to pay Allah alone Yes, Haram He's a poor man Oh my god He's a homeless Allah is homeless Abu Abu Al-Tahdah Al-Ansari Aha Offenbarte Oh, Allah is Gesandter Bittet Allah Uns um einen Kredit Der Prophet Seriously Ja Oh The Prophet Ich habe noch nie gesagt, ja. Weiter, weiter, du wirst riechen. Weiter. Gib mir deine Hand, O Allahs Gesandter. Und der Prophet legte seine Hand in seine Hand. Addaad, Addaad sagte, wahrlich, ich habe meinen Garten, meinen Herrn, okay? Mein Herrn geliebt. 600 Palim tree, give it to Allah as a loan. Continue, continue. It's funny, Allah. Enough internet for today. Ahmad, enough internet today. This is crazy. Er hatte einen Garten mit 600 Dattelbäumen, oh, with dates, okay? Seine Frau und seine Kinder, Allah has a child? Lebt ebenfalls in diesem Garten. Abu Addaad ging zu seiner Frau und rief sie. He went to his land and called his wife in his home. Ahmad Dahdah, the mother of Dahdah. Okay, he called her. And? Hier bin ich. Er sagte, verlass den Garten. Denn ich habe ihn, meinen Herrn, den Erhabenen und Hochgeehrten als Leihgabe gegeben. Oh, so he loaned him the Garten, okay? Yes, loaned it to Allah, give it good loan. Oh, wow, this is crazy. Der Prophet Mohammed ist hingegangen und hat den die Sachen weggenommen. Für Allah. Ach, du Scheiße. So, wait. So, do you know where do you found it? I just gave it to his instruction. I see. Hold on. That is 5.11 and then go to the left? Go to Ibn Kathir. This is Ibn Kathir. And go all the way down Ibn Kathir before the end. Before the end. You see? So, here is end. Here is Maldudi. Before the end, four columns. Okay. All right. Yes. Got it? Allah is homeless, guys. However, who want to support Allah, please? By the way, Ahmad, I'm going to be honest to you. How can those people believe in such things? I don't even. They don't know. They don't know. Wow. They don't know. Maybe. They didn't study it. Maybe we can create a PayPal link to send some money for Allah. Yeah. So, trust me. I believe God, he created me between Arab nations to teach me to learn this religion for I come to destroy it. I believe that. I born there. He believes that Allah in this Arab nation has grown up so that he learns the language and religion, so that he comes and everything will destroy it. Yeah, it's true, because you're exposing them, and that is very good. I do the same thing. I'm going to be honest to you, Ahmad. I do the same thing. Do you know how many messages I get? Like, they want to kill me or they want to punish me. You know, man, I get so many messages. It's insane. If you go to my YouTube channel in English, Ahmad X Muslim, you will see more than five videos. Literally saying they will come. And, by the way, a couple of months ago, some guy, he came and he took a picture in front of my driveway. He took a picture to my car, to my driveway, and sent it to me by Facebook. And he said, we will analyze you like we analyze the teacher in French, and we will put you in the news. I said, okay, before you analyze me, please, can you send your sister for Muta, please? Oh, my goodness. That was legend. 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 I said, haram, bro. I don't want to die before I tested the Muta. Please. Ahmad, Ahmad, you're a legend. You're a legend, seriously. Oh, my goodness. God bless you, my brother, Flex. God bless you, Sister Julie. Thank you. God bless you, too. Thank you for being here. God bless you, too. And Ahmad, I just want to say something very beautiful. I think from you, I can learn a lot. I'm going to be honest. From you, I can learn a lot. And all those sources is very good to know. And I hope we can duo and, you know, be live together. Because I'm mostly live today most of the time. So, yeah, I just said, you know, I open it. I came to open live stream, right? But I'm not following you. I don't. Excuse me, brother. I don't know. So, I'm scrolling to see if there's any live stream to do battles, to fight before I open live stream. So, I see your live stream. I think Muslims here are going. So, for that, I said, hi, Muslims, pagans. For the Muslim don't know me. They will send requests to me. Come here. Why you said pagan? For I come to destroy, you know? But God bless you. I just saw you and I was like, oh, that's Ahmad. Come on. Just come on, you know. Ahmad, salam al-Masih ma'ak. And I'm sorry for you that there was no, not one person who could debate with you. on your level. So, uh... Never. Never found a sister. In the whole room, in the whole Arabic-speaking room, no one has a chance against him. He does that for a long time. He tries. Three days ago, three days ago, I debated in Arabic with a scholar from Iraq. Right? He's a Shiite. So, he, after 10 minutes, he jumped from Shiite to Sunnah. I came here to Sunnah. He jumped back to Shia. Finally, he admitted. They worshipping 14 Allah, 14 God. He said, Muhammad, he's a part of Allah. Ali is a part of Allah. He is Allah on Earth. Because we have a verse in Quran, he said, he is Allah in the heaven and Allah on Earth. So, I'm saying Allah should be, according to Quran, he's above the throne, established on the throne, sitting on the throne. So, which Allah on Earth? Boom. So, I debated with him. He proved the Quran. He admitted the Quran is corrupted. He admitted he has more than one Allah. He lost. The debate I just posted on my YouTube channel in Arabic. I know that's good because you debated with someone who got knowledge, you know? So, if someone got knowledge, you can debate with them and you can prove them right or wrong. But if someone got no knowledge, they only speak out of the... Like this guy, he doesn't know what the Hadith Ahad meaning and he came to say, this is Hadith Ahad. Yeah, because even Flex and the other brothers catch them on and he tried to trick us, you know? He said names and the names weren't even there. So, Flex... I can tell you something very funny, Ahmad. When I was debating the Imam, we were bringing the sources and he was speaking and he said, no, I deny it because it does not match the Quran. And I was like, man, how is that possible that you deny a Sahih? How is that possible to... Wait, let me tell you this, brother. Yeah. In Surat Al-Najm, the star. Yeah. Verse 20, 21, 22, if you read it. Allah said... No, not Surat Al-Najm, I guess. Yeah, Surat Al-Najm. Allah said Muhammad, he did not say anything from his side. Everything coming from Muhammad is a revelation from Allah. Which means Hadith is second. I have one topic on my YouTube channel. You hope if you watch it and take the sources from there. I posted the sources also, right? Yes. I prove it. Hadith is greater than Quran. Hadith can upgrade Quran. Hadith can judge the Quran. Judge the Quran. Imagine till where? If you read Hadith, you get good deeds better than Quran. Imagine till where? If this handicapped worshiper came to deny Hadith, he is a Kafir. Because he denied Allah's word. He did. That's what they told him, that he's a Kafir. And he was like, no. And he began to sweat. He became nervous. And he didn't know how to sit there even, you know? Because, Mr. Julie, Brother Flakes, without Sunnah, he never ever understand the Quran. For example, in chapter 33, verse 37, Who is Zaid? Who is Zaid? We have to go back to where? To Sunnah. To know who is Zaid. In Surah Al-Masad, Who is Abu Lahab? We needed Hadith to understand Quran. But we don't needed Quran to understand Hadith. See? Yeah. We need Hadith to understand Quran. But we don't need Quran to understand Hadith. Which one is greater? Hadith. Hadith. Of course. Right? All the religion coming out from Hadith. Prayer. Allah just said, in Quran, he said, pray. So how I do pray? How many Ruqa'ah to pray? How can I pray? By which way? You have to go to where? Go to the Hadith. To Sunnah. Hadith. Right? In Quran, you have only three prayers. Yeah. And he didn't explain it to you how to pray. But you want to go to the Hadith to understand how to pray. Ruqa'ah, sujood, blah, 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 like that. What you're saying in your prayer. So which means, however, who denies Hadith, he denied Allah's revelation. He is a Kafir. Yeah, that's what they told him. That's what they told him. But you know, it all started with Jesus. We were like, Jesus paid for our sins. He was like, no one can pay for someone else's sins. And so Flaxa told him, oh, well, the Christians and the Jews are going to pay for you Muslim sins. And he was like, no, no, no. I don't want that Hadith. It's not for me. Yeah, so Flaxa told him, so you are. Okay, let's go to Islam. Let's ask, look, sister, this question. Look at this question. About the sin. Cool? Yeah. Okay, so the Muslim saying, Adam repent and Allah forgave him. Correct? Yeah, I think so. Cool. So why he didn't bring the human being back to the heaven? Why? Why he didn't bring me back to the heaven? Because of Adam, I be outside of the heaven. I burn outside of heaven. Right? Because of Adam. Yeah. So why Allah, after Adam, forgave Adam? And the funny thing, saying Adam is a prophet. Prophet on who? I don't know. Prophet on his wife. You know what is the fun part? You know what is the fun part? When I debate about the Old Testament with the Muslims, I say, what is the meaning of the first prophet? Or it doesn't make sense. I mean, if he's the first prophet, what he's going to prophesy? You understand, Ahmad? It doesn't make sense. Yes. You know, it doesn't make sense. So they will tell you he's a prophet on his wife. Yeah. So his wife, she saw it with Allah already. She spoke it with Allah already. She knows Allah. She knows Allah, his wife. Right? So, but the question is not here. Do you want me to prove it to you the Muslim inherited the sin from Adam? From one Hadith, authentic Hadith. I think I know that Hadith. When the Hadith, when Moses spoke, arguing with Adam. Moses, he spoke with Adam. He told him, because of you, we are outside of the heaven. How is that even possible that Moses met Adam? In Adam. Everything possible in Islam. Is it Disney, man? Is it Disney? Babi, who has a question? Take this question. Okay. So the Muslim, the Muslim saying, Muhammad in Israel al-Ma'raj, he meeting with all prophets. Correct? Correct. Kalo? Kalo, are you Muslim? No. Merhaba. Shona, doktor. Habibi, Kalo. So, the Muslim in Israel al-Ma'raj saying, when Muhammad is flying on the back of donkey, right? He meeting with all the prophets in seven heavens. Cool. Moses, in which language he's speaking? Hebrew. Hebrew, right? Hebrew, yeah. He's speaking Hebrew. So, Muhammad, which language he's speaking? Arabic. Arabic. How do you understand the Moses? How are they communicating, chatting together? In which language? I think Muhammad take with him Google Thrustlet. I think. But wait a minute. Give me the sources. Yeah. Wait a minute. The funny thing not here is at Disneyland. Allah. Disneyland. Allah, in which language he's speaking? Allah is speaking Arabic. Anzelnau Qur'anan Arabi, Qur'anan Arabiyan, Qur'anan Arabiyan, Qur'anan Arabiyan, Qur'anan Arabiyan, Qur'anan Arabiya, Qur'anan Arabiyan. Five verses in Qur'an, approve it. Allah speaking Arabic. Right? so musa is speaking hebrew isa speaking hebrew so how allah communicate with isa and musa's and send it him in which language even jibreel is speaking arabic the speaking aramaic jibreel jibreel is speaking aramaic is this written in the quran that jibreel no hadith we said hadith is greater than quran we just approve it right so the muslims believe that 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 jibreel so jibreel speak uh syrianic syrianic syriac syriac we said syriac yeah yeah syriania jibreel is yes mohammed said mohammed said an authentic hadith i have it he said love the arab for three reasons because i am arab quran is arab and the language of people in paradise in arabic language okay so moses will enter to the paradise no yes yes wait wait yes moses speaking hebrew how can he communicate with his uh right hand possess and virgin ladies in arabic how can he communicate with them well don't tell me moses didn't receive 72 virgin ladies in jannah he's supposed to be receive it right yeah so how can he communicate with his virgin ladies in jannah moses speak hebrew and the virgin ladies is speaking arabic come on man needed google translate absolutely we need google translate but do you know which language the people in hellfire speaking we don't know virgin funny funny religion trust me if you want a life always i'm i'm saying to my friends my neighborhood if you want a life if you have a depression feel bad you have a sad day bad day just open the quran that's it you will laugh like you're watching tom and jerry like mr bean ahmed i have something better for you if you if you need uh if you need uh if you need uh if you need uh yeah so um funny by the way ahmed the best story um i took from sam shamoon is the story uh where uh the the stone were running away and sam was punching this and muses running do you know why do you know why this story because the children of israel the people of jewish saying oh muses doesn't have male organ muslim doesn't have muslim doesn't have muslim is like a you know lgbt doesn't have for that the rock it tried to hold muslim for that to prove it no muslim has but another thing you reminded me beautiful hadith do you know yahya the prophet yahya in in christianity we said john john baptize john baptize do you know yahya muhammad he said he said he uh muhammad said he doesn't have male organ he has a like a small stake oh my god because we have a verse in quran can i say that muhammad he uh let me let me show you how this better in germany yeah he cursing john baptize so because you open it uh you reminded me here 100 terabyte when he said anything i remember i remanded another hadith and another hadith let me show you so muhammad he said according interpretation of the quran can i say you then let me give you this uh quran first yeah uh in uh chapter surat al-amran chapter uh three verse 39 uh 39 33 39 33 39 and yes let me translate for you yeah to germany and you will laugh you will laugh now muhammad he disrespect also john baptize this is we translate to germany just second let me show you this is surat al-amran 39 this is saudi arabia website i just use it google translate okay this is the verse and this is tafsir ibn kathir like you see it and we go all the way down all the way down ibn abhi hatim this is the chain of narration leave it leave it so on the authority of muhammad ibn blah 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 okay on the authority of abu salih okay abu huraira let's go from here okay julie hast du lust zu lesen weil ich bin so ja klar ich war auch schon die ganze zeit am gehen aber ich gebe mir ein bestes ja okay abu huraira dass der prophet gott betete friede sei mit ihm jeder sohn von adam begegnet gott für eine sünde die er begangen hat und er wird ihr und er wird ihn dafür bestrafen wenn er es wünscht furchtbarer oder oder entschuldigung oder sich seiner erbarmt außer yahya eben zakaria denn er war ein meister in ein furchtbarer und ein prophet unter dem gerechten und beugte sich der prophet gottes gebete und friede seien auf ihm zu einem stück erde vom boden nahm es und sagte seine erinnerung seine erinnerung war wie dieser dreck so arreti yahai hey dc mohammad he said yahya eben zakaria his mail organ like a small stick stege to deus steeg do u know that Both the stage to the outside ako disappeared Wenn man diese Sprache in den Arabischen Sprachen kommt, dann kommt es in den Arabischen Sprachen und dann kommt es in den Arabischen Sprachen. Ich weiß nicht, was ich weiß. Okay, lass uns sehen, wie kann ich es finden? Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, deepl.com Okay. Deepl. Das ist das. Ja? Ja. After, after this and then I take a little nap in Germany here, it's like 5. Oh, yeah. Yeah. I will just take a little nap, so we do this one session and then. Okay. So, he meaning, uh, that meaning this. Mhm. Der Strohhalm, ein Strohhalm. Also, der meint damit das Glital. Oh, wow. So, he means this ding 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 ding. He doesn't have. Oh, wow. Jahia doesn't have this stick, small stick, like, I don't have tooth stick. Small stick, he grabbed it from the ground. And he said, yeah, Jahia bin Zakaria has it like this talk. And yes. Let me, let me show you, Ahmad. Hold on. Yeah, take, take the big screen, brother. Like this? Yeah, small than that. That is big. That is really big. That is really big. Small, 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 small. Thank you. Oh, man. Yeah, bro. Ahmad, that was an amazing session, man. We should do this often, man. Seriously. In the name of Jesus Christ. Oh, yeah. In the name of Jesus. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahmad, just tell him to speak with you. Yes, thank you, dear. Thank you. So, what was the first question about you? Yeah, what was the first question? What was the first question about you? What did you know about the German? The German, I don't have any problems with this. I mean, if I had any problems with this, the problem with the ones, this is coming from the people. Wenn wir uns nicht schauft, dann bin ich an den Koran zu gehen. Wenn die Vorbereitung zu sagen, dass Gott sich selbst Es ist ein was ist die Frage. Diese Situation auch vom Tafsirei Quran ist die Wissenschaft. Ja, was ist der Frage nicht. Er sagt, nicht nur eine Anlage. Allah hat den Nürnens 3-M Aber Gott hat ihn mit dem Nürnsten er hat ihn mit dem Nürnster er hat ihn mit dem Nürnster er hat ihn mit ihm gesagt er wird er gesagt, nicht gut, aber er will ich nicht er will mit ihm sein er wird er mit ihm mit dem Nürnster 3-Macher weil ich glaube dass der ahmet jetzt gerade erst versteht was ab und alles gesagt hat auf deutsch und dass er halt gesagt hat dass er keine probleme mit dem habit wie er da so steht was ist das problem und ihr glaubt ja an einen jesus der auf den markt geht und so aber er hat halt kein problem mit dem hd das hadith das hadith hast du immer noch nicht verstanden es geht um das geht um diese halle hat sich verwandelt und irgendein was näher dann kann das menschen haben die ja haben die ihm gesehen hat gefällt uns nicht dann hat dann war nicht zufrieden wieder aussah dann ist er wieder zurück hat er sich wieder verwandelt ein anderer dann kann man wieder das ist nicht unser gut guck mal alleine schon ich habe ihn ja vorgestern oder vor drei tagen habe ich habe ich ja den imam debattiert und wir haben ja über das alte testament gesprochen you know let me say to ahmad when i debated the imam ahmad we brought him a source and he denied the source he he said this source uh is a contradiction to the quran and i said i said i said hold on i said this is a sahih he said no i don't take it i'm like how and all the muslim people on the chat were like oh flex you don't know anything oh and i was like how is that even possible it's sahih you cannot okay okay um my brother yes yeah my brother flex you have to go to my youtube channel in english ahmad ex muslim okay i made one topic and with the sources and first comment you will found uh the sources i prove it literally the hadith greater than quran why let me give you another reason now another reason so quran they have a uh does quran have a chain of narration doesn't have a chain of narration right which means we hadith greater than quran why because we had this has a chain of narration we know this hadith coming from where but our quran if you denied hadith quran is uh just dump it why because it doesn't have a chain operation if you deny the scholar who bring the hadith how can you trust who bring the quran how do you know who bring the quran first point second point my brother so the quran osman ibn affan he burned it he burned all the quran's and they rejected muhammad hadith because muhammad said take the quran from four persons salim mawla abhi hudai four person right four companion but the muslim taking the quran from us man so how would do we know this quran word of allah without hadith who brought it to here do you say in quran came down from the heaven and now 2024 we capture we see the quran coming from heaven and we just take it and we read it no same scholar same scholar who bring hadith bring the quran from same companions same the group after companions right if you denied hadith you denied quran you destroy quran don't you deny if you denied yes yes so if you deny hadith who brought the quran for him who explained the quran how do you understand quran without hadith right that's a knockout that's a knockout yes yeah but he already got knocked out that day you know they knocked him out like very clear yeah so and the problem is uh brother like um there are a lot of people who don't have knowledge who don't even know what's written in their books so when they hear somebody like abdul talking and talking and talking he's like distracting them all and at the same time he was telling the people today that you were trying to distract them by your books in the background and stuff like that uh instead of going um uh to debate with you know so just wanted to make kindly about my 색깔이險 deso 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 is fora Ich weiß nicht, dass die andere Seite nicht rauskommt. Aber es war nur 4 Minuten, um dich zu erzählen. Ich weiß nicht, dass du das nicht so sagen kannst. Weil du selbe und selbe bist, Du bist selbe und du bist selbe. Ich weiß nicht. Schau mal hier Alex. Flex, schau mal hier, brother. Die Debatte war die größte Farbe auf der Englisch-Site. Dawah, sorry, Big Dawah. See this guy? Abu Mecca. See, this guy, he crying when I debate with him. Let me show you one dangerous, one dangerous guy. This, I debate with him in Arabic and I prove it literally. Allah has an ASS and sitting on chair. Yeah. And this one, let me show you this. This is the leader. This is Ashari too. Like Abdul. Leader of Islamic center in Washington. A black guy who is in Islam, I don't understand. Because Muhammad saw two black slaves for one. Yeah. Not just only that. Do you know, according to Hadith and Quran, the black going to hellfire? I know. I know. I know that. But this guy, the leader of Islamic center in Washington. He came to me and I destroyed him. He said, if you prove to me Allah has a physical leg, I will left Islam become Christian. I told him, no, Habibi, we don't need you on a Christianity. A lot of people waiting on waiting lists. But now I approve it to you. Allah has a physical leg and you will left Islam. And I approve it literally. If you watch this debate. A lot of dawah boy, I debate with him. What is your channel, Ahmed? Because the last time I saw you another live and I asked you in the comments. But you. In his bio. Ah, okay. Did he, did he left Islam? No, he lied. After I approve it to him. Yeah. He lied. Just like Abdul said that they, if you can give me the, what was it again? I'm going to be a Christian. He said they too. And one of the brothers brought it, you know, what he asked for. And they always say that, but they don't do it. By the way, Ahmad, my brother. Yes, brother. Take your screen, brother. I, I kiss your heart, my brother. I'm going to take a little break because I'm super tired. God bless you, brother. I'm going to go to also. My brother, Jason, he opening in English. Let me go to help him. Destroy, smash. Allahu snake bar. God bless you. Thank you, brother. Thank you. God bless you, Ahmad. God bless you too. God bless you too. God bless you too. God bless you all, my brother and sister. And see you later. God bless you. I'm going to send you a message later. Okay. No problem, brother. Any topic. Look, look, let me tell you something. Our brother, our brother and sister in English and Arabic saying, I am Islamic Google. So any topic, anything, anything, imagine anything about Islam, ask me, I will support you with resources. Anything. So for example, for example, the always Muslim talking about Samuel first 15 in Old Testament. Right. I can prove it to you literally from Quran and Hadith, not just only one story. Sex. Allah destroyed six cities with babies and animals and everything. Wow. Okay. Yeah. We're going to keep everything. Anything. Imagine and ask me. God bless you all. God bless you all. And I love you all. And thank you for every brother and sister support with the gift. Thank you too. Allah, you have a peace of Christ. We will see all you will be safe. Same to you. Amen. Shalom wa naam habibi. ich habe sofort wahren umgekommen ich hab vielleicht noch so viel stunden zu schlafen aber agatio berg genauso was they here like this so die menschen ich muss mich bei judy wirklich bedanken das war wirklich ein kranker stream heute habe ich gern gemacht denkst du hast es mal bei dir ja wir haben tatsächlich mal lange her wo ich mal ein paar nachrichten geschickt habe aber der hat nicht richtig darauf reagiert aber das ist jetzt nicht so schlimm heute zum ersten mal daher ich habe ihn zufällig vor zwei tagen oder so entdeckt für das erste mal und dann dachte ich mir auch so heftig und dann sehe ich ihn auf einmal hier das war schon so ja musste so sein das problem ist seine eigenen lives ein bisschen langweilig weil die leute nicht hoch gehen die trauen sich nicht ja das ist ja und dann bekommt es ja gut dass man mal er weiß ja aber was denkst du wie schnell sich das jetzt rumsprechen wird da wird auch keiner mehr hochkommen sobald er drin ist bei mir kommt so oder so keine mehr rein aus wir brauchen einmal diese liebe zum bürgergeld mit dem auf arabisch wie abdul die alles ein bisschen verdrehen wie die wollen das würde ich zu gerne sehen aber der witzig niemals auf den einlassen weil er sagt immer wer zu mir will wer mit mir debattieren will muss zu mir kommen diese argente weißt du war das was es war dieser abduld hat sich aufgeregt über seine haltung dass er so gelacht hat und gemacht hat aber das ist wie so im box ring wenn so zwei männer kämpfen und einer weiß einfach was er drauf hat und der lacht so ein bisschen spielt mit dem gegner weißt du das war einfach so leute jetzt gehen wir schlafen ja genau ich liebe euch gute nacht werde ich auch gute nacht